Manhattan 2058 Von Dan Adams Es liest Tobias Kluckert Folge 1 Am Abgrund Aufzeichnung gestartet Bitte sprechen Sie sagte eine weibliche Computerstimme Ein Mann seufzte hörbar Wo soll ich anfangen? fragte er in die Stille hinein Seine Stimme klang alt und rau Okay, legen wir los Ich bin in Toronto Wir haben jetzt Januar 2058 Draußen schneit es Mein Name ist Marsh Nicht, dass das etwas zur Sache tut Aber ich will über die Geschichte unserer Zeit sprechen So, wie ich sie erlebt habe Und nicht so, wie die Politik und die Medien es uns glauben machen wollen Leider habe ich nicht viel Zeit Denn sie haben herausgefunden, wo ich bin Und sie werden kommen, um mich zu holen Was soll ich sagen? Alles endet mal Wenn etwas so richtig schief läuft Suchen wir die Schuld gerne bei anderen Aber dieses Mal können wir das nicht Denn wir haben es verbockt Die Menschheit meine ich Wir haben den Klimawandel nicht aufhalten können Trotz vieler Phrasen und gutem Willen Haben wir zu wenig getan Die Pole sind geschmolzen Der Meeresspiegel ist weltweit gestiegen Und hat erst für eine schleichende Entvölkerung der Küstengebiete gesorgt Bis irgendwann eine regelrechte Völkerwanderung einsetzte Auf dem bewohnbaren Land wurde es eng Aber anscheinend nicht eng genug Denn inzwischen leben über 11 Milliarden Menschen auf der Erde Wir werden immer mehr Daran ändert auch das Massensterben nichts Das jährlich weiterhin Millionen Menschen dahin rafft Das sind die Folgen von verheerenden Dürren und dem Wassermangel Es gibt entweder gar kein Wasser oder zumindest kein sauberes Deswegen kam es überall auf der Welt zu Bürgerkriegen Ihnen folgte eine weltweite Finanzkrise Viele Banken und Firmen gingen pleite Die meisten Regierungen sind unter diesen Krisen zusammengebrochen Und haben sich bis jetzt nicht wieder davon erholt Wer aus diesem ganzen Schlamassel etwas retten wollte Musste nur skrupellos genug sein und sich schnappen, was er konnte Es war die Geburtsstunde der Megakonzerne, diesem Pack Ich kann hier nicht ausstehen Sie sind dafür verantwortlich, dass die Schere zwischen Arm und Reich Inzwischen so weit auseinander klafft, dass keine Annäherung mehr möglich ist Unsere Städte sind heute in Sektoren eingeteilt Die dem Einkommen der Bewohner entsprechen Staatlich verordnete Diskriminierung nenne ich das Sag mir, was du verdienst und ich sag dir, wo du stehst Am wenigsten zu lachen haben die Armen und Ausgestoßenen Die müssen sich in Slums und Elendsvierteln zusammendrängen Und können froh sein, wenn sie irgendein armseliges Dach über dem Kopf haben Und die Reichen, die führen ein Leben in Luxus In ihren High Security Areas, abgeschottet vom Rest der Welt Diese Ignoranten glauben, wenn sie es nicht sehen oder nicht hören können Dann existiert es auch nicht Staten Island in New York ist ein Paradebeispiel Um sich vor dem Pöbel zu schützen, unterhalten die Leute dort sogar eigene Polizeieinheiten Es entstand eine kurze Pause, in der Mon Marsh etwas trinken hörte, ehe er weitersprach Kommen wir zu Präsident Rogers Er kam aus Texas, ein echter Kriegstreiber, der mit einer Knarre unter dem Kopfkissen schlief Kein Witz Im Jahr 2035, genau genommen am 22. Juni, verlor er vollends den Verstand Und befahl einen präventiven Atomschlag gegen Nordkorea Das hat nicht nur Millionen von Menschenleben gekostet, nein Es sorgte auch für den Bruch des Allianzvertrages von Berlin zwischen den USA, Russland, Südkorea, Japan, China und der Indischen Union Was die Welt an den Rand des Dritten Weltkriegs brachte Glück für uns, dass wenigstens die Kanadier die Nerven behielten und vermittelten Nur denen ist es zu verdanken, dass wir uns nicht selbst in die Steinzeit zurückgebombt haben Aber trotzdem, die Karre war in den Dreck gefahren Was man bis dahin noch als fragile Ordnung bezeichnen konnte, war zerbrochen Keiner vertraute mir dem anderen Was dann kam, war abzusehen Gegenseitige Spionage und Sabotage Das gipfelte im Cyberkrieg von 2044 Was die technische Entwicklung um Jahre zurückwarf Intelligente, lernende Computerviren, die sich eigenständig reproduzierten Befielen den Cyberspace und verseuchten ihn Bis heute ist es nicht gelungen, ihnen Herr zu werden Sicherheit ist zwar möglich, aber extrem teuer So etwas können sich nur wenige Menschen leisten Daher greifen viele für die Überbringung von wichtigen Daten inzwischen auf Low-Tech zurück Bei manchen ist sogar Briefe schreiben wieder in Mode Marsch machte eine erneute Pause, trank und goss sich dann Wasser nach Kommen wir zu Rogers Nachfolger Dem amtierenden US-Präsidenten Harper Stoddart Auch so ein Arschloch Er selbst bezeichnet seinen Regierungsstil gerne als Präsidentschaft der harten Hand Damit hat er sich schnell Feinde gemacht Besonders die Weststaaten hassen ihn wie die Pest Seit über 20 Jahren bekommen sie die Folgen des Klimawandels am deutlichsten zu spüren In dieser Zeit gab es vier große Dürreperioden Der erste von 2031 bis 2033 Die zweite von 2035 bis 2037 Die dritte von 2039 bis 2044 Und die letzte dauert seit 2046 an Zwölf Jahre sind das jetzt Und alles was Stoddart einfiel um dem wachsenden Flüchtlingsstrom zu begegnen war Den Bau einer Grenzanlage anzuordnen, die das Land seit 2052 von Nord nach Süd teilt Verständlicherweise führte das zuerst zu Protesten, dann zu Unruhen Und schließlich zum offenen Bruch zwischen den West- und Oststaaten der USA Zwar unterstützen nicht alle aus dem Osten Stoddarts Politik, aber er lässt sich in seinem Kurs nicht beirren Opposition wird gleich im Keim erstickt Unabhängiger Journalismus findet nicht statt Die Nachrichten senden nur das, was die Zensurabteilung des Weißen Hauses genehmigt Um seine Macht zu sichern, bedient er sich der Dienste der Black Guard Ein Deutscher, Henry Berlitz, hat sie gegründet und aufgebaut Die Agenten dieser Behörde sind allen anderen Polizeibehörden übergeordnet und operieren landesweit Stoddarts unnachgiebige Haltung im Umgang mit den Weststaaten hat alle Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts zunichte gemacht Als hätte es nicht schon genug Tote gegeben, liegt nun auch noch der drohende Schatten eines Bürgerkriegs über dem Land Was die Zukunft anbelangt, sehe ich schwarz Aber okay, mir wird das dann alles egal sein Das war's Ich höre Sie kommen, egal wer das hier hört Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Leben Genießen Sie es Eine Pistole wurde entsichert Ein Schuss fiel und ein schwerer Körper stürzte zu Boden Kapitel 1 New York 2058 Eine gewaltige Glaskuppel überspannte den neuen Terminal des Trump-Kennedy-Airports Manche nannten die Kuppel ehrfurchtsvoll den Glass-Dome Andere betitelten sie weniger schmeichelhaft als Disco-Kugel Da die Scheinwerferbeleuchtung in der Nacht sehr an eine solche erinnerte Vor dem Haupteingang standen zwei Statuen Die eine war dezent und zeigte einen smart lächelnden JFK Die andere hingegen war protzig Sie stellte den 45. Präsidenten der USA dar Donald Trump Er hatte die Arme ausgestreckt und reckte die Daumen in die Luft Die Menschen, die beständig in das Gebäude hinein und hinaus strömten, achteten nicht darauf Sie blickten im Gehen auf die Com-Watches an ihren Handgelenken Oder eilten zu den Hover-Taxis Von denen unzählige auf dem Platz vor dem Gebäude auf Kundschaft warteten Dabei vermischte sich das Summen, das von den Schwebeaggregaten der Hover-Taxis ausging Mit dem ununterbrochenen Stimmengewirr zu einem unverständlichen Brummen Dazu lautes Hupen, das Pfeifen der elektrisch betriebenen Gepäckwagen Das Heulen von Sirenen und die Anweisungen der Airport Police Die aus den Lautsprechern schalten Auf großen Monitoren, die an den Wänden und über den Durchgängen hingen Liefen Werbung und Nachrichtensendungen von der Ostküste Ein nahender Sturm über dem Atlantik Sportergebnisse Börsen-News Die Hersteller von Low-Tech-Speichermedien hatten wieder Rekordumsätze gemacht Niemand im Terminal nahm davon Notiz Überall hingen Überwachungskameras und an jedem Eingang standen Body-Scanner Der Glas-Dome glich einer gut bewachten Festung Ein Hover-Taxi hielt vor dem Eingang zu Gate 2 Eine Frau stieg aus und bezahlte den Fahrer mit dem Konto auf ihrer Com-Watch Dazu drückte sie ihren Daumen auf das Display und rief das Konto der Bank of Toronto auf 15 East-Dollar wurden abgebucht Der Expressway vom Financial District zum Airport war der schnellste und sicherste Aber auch der teuerste Weg, um New York zu verlassen Die Hecktür schloss automatisch und die Frau ging auf den Eingang des Terminals zu Außer einer Handtasche und einem kleinen Rollkoffer besaß sie kein Gepäck Sie war um die 30, sah aber jünger aus und war äußerst gepflegt Ein fruchtiger Duft umgab sie Der nachtblaue Hosenanzug und der knielange beigefarbene Mantel sahen teuer aus Ihr blondes Haar war kurz und außer einem Paar silberner Ohrringe trug sie keinen Schmuck Hinter der Drehtür folgte gleich die verspielte Schleuse eines Buddyscanners An dessen Ende ein Terminal stand, hinter dem zwei Sicherheitsbeamte saßen Vor ihr standen ein halbes Dutzend weitere Passagiere, die auf ihre Abfertigung warteten Kaum hatte die Frau den Scannerbereich betreten, wurde sie von einem schwachen Lichtstreifen erfasst Der sie von Kopf bis Fuß abtastete Das gleiche geschah daraufhin mit ihrem Gepäck Sie musste sich ein paar Minuten gedulden, bis sie endlich an die Reihe kam Einer der Sicherheitsbeamten winkte sie heran, während der andere konzentriert auf den Monitor starrte Guten Morgen, sagte sie, aber der Beamte nickte nur wortlos und deutete auf eine kreisrunde Öffnung auf der Vorderseite des Terminals Sie schob die Hand mit der Comwatch hinein Es wurde kurz hell und aus der Öffnung fiel ein Lichtstrahl Ein leises Sirren war zu hören, als das Lesegerät rotierte Der Beamte prüfte ihre Daten und sah dann auf Miss Sandra Deeks, sagte er gedehnt Was war der Grund ihres Besuchs in New York? Geschäfte Ich vertrete Daryl & Peters Damenkosmetik Ich habe unseren Partnern unsere neue Produktpalette vorgestellt Hm, ihr Gegenüber nickte, schien ihr aber nicht zugehört zu haben Sandra wurde unruhig, ein mulmiges Gefühl zog ihr den Magen zusammen Gibt es irgendein Problem? Der Beamte überhörte ihre Frage, stand auf und verließ seinen Platz, um hinter einen Tisch zu treten Bitte öffnen Sie Ihr Gepäck Aber das haben Sie doch gerade gescannt, ist das denn jetzt unbedingt nötig? Es wird nicht lange dauern, reine Routine Aber ich werde meinen Flug nach Toronto verpassen, sagte sie aufgebracht Er lächelte kalt, erwiderte nichts und zeigte mit einer fordernden Geste auf ihren Rollkoffer Mit einem Seufzen kam sie der Anweisung nach Während er ihren Koffer durchwühlte und dabei Unterwäsche, Wechselkleidung und ein Probenköfferchen mit verschiedenen Rouges, Cremes und Lippenstiften mit Leuchteffekt zutage förderte, fragte er Wie lange waren Sie in der Stadt? Nur drei Tage Sie knibbelte an ihren Fingernägeln Stimmt etwas nicht? Fragte der Beamte misstrauisch Nein, es ist alles in Ordnung, ich habe es nur eilig Es schien ihn nicht zu kümmern und nur darin zu bestärken, ihr Gepäck noch gründlicher zu durchsuchen Als er nichts fand, war ihre Handtasche dran Sandra blickte auf ihre Comwatch Bitte, ich bin wirklich spät dran Der Beamte zuckte gleichgültig die Schultern Plötzlich hatte Sandra das Gefühl, dass jemand ganz dicht hinter ihr stand und sie anstarrte Einen Moment lang trotzte sie dem Drang, sich umzudrehen, bevor sie ihm widerstrebend nachgab Sie hatte sich nicht geirrt und trotzdem erschrak sie Zwei Männer in schwarzer Uniform waren unbemerkt an sie herangetreten Ihre Gesichter lagen hinter mattschwarzen Visierhelmen Auf ihren Brustpanzern trugen sie ein Abzeichen Einen weißen, aufgerichteten Greif Sandra erschrak Das waren Soldaten der Black Guard Einer der Männer richtete seine Maschinenpistole auf den Boden zu ihren Füßen Der zweite hielt ein Hologrammfoto neben ihr Gesicht Etwas unscharf, aber sie erkannte sich darin Das ist sie, bestätigte er Was wollen Sie von mir? Es ist nicht nötig, uns etwas vorzumachen Wir wissen genau, wer sie sind Rin Rousseau Ich weiß nicht, wer das sein soll Das muss eine Verwechslung sein Mein Name ist Sandra Deeks Sie wich einen Schritt zurück Sofort richtete der eine Mann die Waffe auf sie Die Black Guard irrt sich nie Sie sind eine Terroristin Sie sind verhaftet Kapitel 2 Drei Wochen später Die Unterlassung Westamerika in seinem Kampf gegen den Hunger und die Dürre auch weiter angemessen zu unterstützen Sei ein Verbrechen an der Menschlichkeit und könne so nicht länger hingenommen werden Präsident Stoddard wies diese Vorwürfe vehement zurück und verwies darauf Dass er heute die Errichtung dreier neuer Auffanglager für Flüchtlinge aus den Weststaaten in Auftrag gegeben hat Damit wird sich die Anzahl der Lager auf zwölf erhöhen Was weiteren 50.000 Menschen Platz bietet Der humanitären Hilfe zum Trotz ist es aber auch wieder zu Übergriffen in der Sicherheitszone An der Grenze gekommen, als sich ein Dutzend Illegaler einen Schusswechsel mit der Grenzpatrouille lieferten Dabei kamen vier der Angreifer und ein Polizist ums Leben Präsident Stoddard hat härtere Strafen für all jene angekündigt Die versuchen illegal in die Oststaaten zu gelangen Er will noch diese Woche einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen Und jetzt erst zur Werbung, danach dann das Wetter Mike Killen schreckte aus dem Schlaf hoch und schlug die Augen auf Die letzten Werbebilder für ein Erfrischungsgetränk flimmerten über den Bildschirm Ein glückliches Paar, das sich in den Armen hielt, in den Sonnenuntergang blickte Und sich mit einem zitronengelben Zeug in Flaschen zuprostete Dazu sagte eine Stimme aus dem Off Immer kalt, immer frisch, auch ohne Eiswürfel Frizzy Dizzy für einen coolen Tag Jeden Tag TV aus, sagte Killen schlaftrunken und mürrisch Ehe er sich aufsetzte, mit der Hand über das Gesicht fuhr und sich umsah Heute also wieder mal das Sofa, murmelte er Seit zwei Monaten schlief er kaum mehr als ein paar Stunden Manchmal auch gar nicht Er hatte Albträume, die er nicht in den Griff bekam Normalerweise wälzte er sich dann im Bett herum Dachte nach oder durchstreifte das nächtliche Staten Island ohne Ziel Killen stöhnte Jetzt, wo das TV-Panel nicht mehr plärrte, hörte er den Regen, der gegen die Fenster schlug Davon bekam er Kopfschmerzen Sein Blick fiel auf den Couchtisch Da standen noch die Überreste des Abendessens Echtes Tofu, das in irgendeiner Soße schwamm, die, nachdem sie abgekühlt war, die Farbe und die Konsistenz von Schlamm angenommen hatte Der Geschmack war ganz in Ordnung gewesen, trotzdem hatte er nicht viel davon runtergekriegt Daneben standen zwei benutzte Gläser mit Rotweinresten Das erinnerte Killen daran, dass er nicht alleine nach Hause gekommen war Er hatte dieses Mädchen in der Bar aufgegabelt und mit zu sich genommen Er hatte sich ablenken wollen und Sex war immer gut, wenn man nicht nachdenken wollte Doch es hatte nicht geklappt Nach dem Essen und ihrem ersten Kuss hatte Killen das Mädchen ziemlich rüde von sich geschoben und nach Hause geschickt Er konnte es nicht, vielmehr, er wollte es nicht Sie war verständlicherweise sauer auf ihn gewesen, was ihm aber ziemlich egal war Nachdem sie gegangen war, hatte er eine Schlaftablette genommen und war kurz darauf eingeschlafen Wie so oft in letzter Zeit auf dem Sofa Irgendwie war ihm sein Bett fremd geworden, seit Emilia tot war Er schluckte, sein Mund war trocken und sein Hals kratzte Nachdenklich trat er an eines der großen Fenster und sah hinaus Staten Island, die Häuser, Straßen, Lichter, alles verschwamm im Regen Nicht viel zu sehen vom Paradies an der Ostküste, wie die Werbung es gerne nannte Draußen an der Küste strahlten die Positionslichter der Bojen Und er sah Suchscheinwerfer, die von den Wachtürmen hinunter über das Wasser strichen Patrouillenboote fuhren dicht an der Küste entlang und Air Seas der Polizei patrouillierten in der Luft Irgendwo dahinten stand Lady Liberty Im Regen war sie nicht mehr als ein heller, von Lampen angestrahlter Fleck Und dahinter lagen Manhattan und der Rest von New York Für Killen eine unbekannte Welt, zu der er keinen Bezug mehr hatte, seit er mit seinen Eltern nach Staten Island gezogen war Damals war er fünf gewesen Sie hatten an der East-Zeit gewohnt Dad hatte an New York nie ein gutes Haar gelassen Er ist immer als Drecksloch voller Immigranten beschimpft Dagegen war Staten Island sein Paradies gewesen Ein Ort, von dem man träumen konnte, den man aber nie erreichen würde Aber sein Dad hatte sich geirrt Er und Mom hatten die Kriterien erfüllt Sie waren unbescholten Moralisch unbedenklich, schuldenfrei, dazu Republikaner Und Ingenieure für Hydrauliktechnik wurden gerade gebraucht Staten Island ist jetzt unsere Welt Hatte sein Dad nach dem Umzug oft gesagt Er war nie mehr nach New York zurückgekehrt Nicht einmal für eine Stunde Aber nun hatte Killen schmerzlich erkennen müssen Dass sich die Welt nicht auf ewig aussperren ließ Irgendwo war sie durchgesickert Und hatte sein perfektes Leben in Stücke geschlagen Er lehnte sich gegen eines der Fenster In seinem 60 Quadratmeter Apartment Atmete auf das Glas Und malte einen Smiley Emilia hatte das immer gemacht Wenn er schlecht drauf war Und er hatte dann immer lachen müssen Wenn er es jetzt versuchte Klappte es allerdings nicht mehr Er fühlte sich immer noch furchtbar Emilia fehlte ihm so sehr Die Kopfschmerzen wurden schlimmer Killen ging ins Bad Licht 50 Prozent Ein paar Lampen an der Decke sprangen an Und tauchten den Raum in ein angenehm gelbes Licht Er trat vor den Spiegel Stützte sich mit den Händen auf den Beckenrand Und sah auf sein Spiegelbild Sein dunkelblondes Haar war zerzaust Die grauen Augen starrten müde zurück Und er trug diesen angespannten Zug um die Mundwinkel Der einfach nicht mehr verschwinden wollte Guten Morgen Mike Es ist zwei Uhr siebenunddreißig Wünschen Sie eine Analyse Ihrer Vitalfunktion? Sagt eine weibliche Computerstimme, die aus dem Spiegel kam Sie klangen leise und sehr angenehm Ein paar Daten, Prozente und Diagramme erschienen in blassblauer Schrift auf dem Glas Killen rieb sich die Augen Nein, nicht nötig Ich weiß auch so, dass ich scheiße aussehe Bitte spezifiziere Scheiße aussehen Killen lächelte Ignorierte die Aufforderung aber Wasser, kalt, fünf Grad Ein Strahl Wasser ergoss sich ins Waschbecken Bis es vollgelaufen war Killen tauchte das Gesicht ein Und behielt es so lange unter Wasser Bis er keine Luft mehr bekam Prustend kam er wieder hoch Die Kälte belebte ihn Die Kopfschmerzen wurden erträglicher Im Spiegelbild glaubte er, einen Schatten zu sehen Emilias Schatten Er wirbelte herum, aber da war niemand Nur eines ihrer Businesskleider, das sie als Angestellte von Lamar Bionetics hatte tragen müssen, hing an der Wand Es war noch in Plastik verschweißt Killen hatte es aus der Reinigung geholt und ins Badezimmer gehängt An dem Tag, als Emilia ermordet worden war Er brachte es nicht fertig, das Kleid wegzuwerfen oder einfach nur in den Schrank zu hängen, wo er es nicht mehr sehen konnte Mit einem Stöhnen kniff er die Augen zusammen Verdammt Du siehst schon Gespenster Mike, ich registriere einen ungewöhnlich hohen Stresspegel in ihrer Stimme Wünschen Sie ein Beruhigungsmittel? Lass mich in Ruhe, sis Ich versuche nur zu helfen War sie jetzt etwa beleidigt? Schon hatte er ein schlechtes Gewissen Tut mir leid Es ist nicht nötig, sich zu entschuldigen, Mike Trotzdem, danke Killen ging ins Wohnzimmer zurück und ließ sich auf die Couch fallen Er musste sich beschäftigen, schlafen konnte er ohnehin nicht mehr Von einer inneren Unruhe gepackt begann er Teller und Gläser beiseite zu räumen Es war wie ein Zwang, dem er sich nicht widersetzen konnte Er nahm seine Comwatch und legte sie auf den Tisch Fotodatei Emilia und Mike, sagte er Die Comwatch projizierte Reihe um Reihe kleiner Fotodateien auf die Glasplatte des Tisches Killen suchte immer die gleichen Bilder aus Er tippte mit dem Finger auf eines der Fotos und zog es mit einer Handbewegung so groß Dass es die Hälfte des Tisches bedeckte Er und Emilia beim Eislaufen Killen hatte vergessen, wo die Aufnahme entstanden war Aber er wusste noch ganz genau das Datum, denn es war der Tag gewesen, an dem sie ein Paar wurden Er war hingefallen und lag auf dem Eis Emilia hockte neben ihm, lachte und strahlte, während sie das Foto machte Es war vor fünf Jahren gewesen Auf dem zweiten Bild standen sie am Fuß der Freiheitsstatue Die Aufnahme war verwackelt Emilia lachte, er hatte sie gekitzelt Es war sein Lieblingsfoto, obwohl man so wenig darauf erkannte Killen musste schmunzeln und gleichzeitig traf es ihn bis ins Herz Warum tust du dir das immer an, Idiot? Er ließ sich zurückfallen und fuhr sich mit den Händen über die müden Augen Als er sie wieder öffnete, fiel sein Blick auf die schwarz-blaue Polizeiuniform der Staten Island Flying Patrol Die Dienstmarke und seine Waffe Er stand auf, um sie zu holen Eine Kashima Mantis II, zehn Schuss Halbautomatik, sechs Schuss Schockblockermunition in einem separaten Magazin Sie roch nach Waffenöl und glänzte Fabrik neu Wenn man es genau nahm, war sie das auch Außer auf dem Schießstand hatte Killen die Waffe noch nie benutzt Er setzte sich und legte den Daumen in die Vertiefung am Schaft Ein grünes Licht über dem Abzug leuchtete auf Waffe registriert Sergeant Michael Killen Dienstnummer DSM 443 Die Stimme klang künstlich, mechanisch Ganz anders als die von Siss Er betrachtete die Pistole Ein paar Mal hatte er schon darüber nachgedacht, sich umzubringen Ist dann aber doch nicht getan Sich einfach den Kopf wegschießen, das war feige Aber was, wenn er es doch tat? Wer würde ihn schon vermissen? Er hatte keine Eltern mehr, Geschwister gab es nicht Und zu Emilias Familie hatte er den Kontakt abgebrochen Er hatte den Anblick ihrer verzweifelten Gesichter nicht mehr ertragen können Vielleicht war Abtreten gar nicht so schwer Killen drehte die Waffe in der Hand und richtete den Lauf auf seine Stirn Notabschaltung, plärrte es gleich los Das grüne Licht verlosch sofort Er spürte einen kalten Schauer, der ihm den Rücken herunterran Die Comwatch piepte und riss ihn aus seinen trüben Gedanken Das Hologramm seines Vorgesetzten erschien auf dem Display Killen wischte die Fotodateien beiseite und schaltete ein Guten Morgen, Mike Captain Brady Habe ich Sie geweckt? Nein, ich war wach Alles in Ordnung? Ja, klar, es geht mir gut Haben Sie etwas von Emilias Eltern, Captain Fiel ihm Killen ins Wort Wäre es okay, wenn wir das Thema lassen würden? Wie Sie meinen, Mike Die Blackguard hat uns zu einer Luftraumüberwachung angefordert Und darum rufen Sie mich an? Mitten in der Nacht? Haben wir dafür nicht das Standardbriefing? Das kommt noch Ich... Brady sog die Luft ein Killen konnte ihm ansehen, wie schwer es ihm fiel, die richtigen Worte zu finden Er beschloss, es ihm leicht zu machen Jetzt sagen Sie schon, Captain Um was geht's? Die Sache ist kompliziert Und ich würde Sie nicht fragen, wenn es sich vermeiden ließe Es geht um Phoenix Rising Killen schluckte Die Bilder des brennenden Airseas schoben sich vor sein inneres Auge Emilias verkohlter Leichnam auf dem Fahrersitz Dieser verfluchten Terroristen Seine Stimme zitterte Er war jetzt hellwach Wir sollen einen Gefangenentransport begleiten Dabei werden wir uns im Hintergrund halten Okay, aber was hat das Ganze mit Phoenix Rising zu tun? Denen geht es wohl um die Gefangene, eine Frau, Ryn Rousseau Sie muss denen ziemlich wichtig sein und die Blackguard vermutet, dass sie einen Befreiungsversuch starten könnten Killen räusperte sich Was hat es denn mit dieser Rousseau auf sich? Das haben sie mir nicht gesagt Typisch Killen verdrehte die Augen Sie kennen doch das Spiel Die Blackguard pfeift, wir springen Kommentierte Brady resigniert Dann kniff er die Lippen zusammen Und seufzte Um ehrlich zu sein Eigentlich wollte ich sie gar nicht dabei haben Eben weil es um Phoenix Rising geht Aber Phillips und Kozlov sind ausgefallen Und mir fehlen Leute Daher hoffe ich auf ihren professionellen Umgang In letzter Zeit waren sie ziemlich durch den Wind Brady schüttelte den Kopf Naja, wer wäre das nicht? Trotzdem, kann ich mich auf sie verlassen? Killen winkte ab Schon gut, ich krieg das hin Brady legte die Stirn in Falten Dann nickte er In Ordnung Kommen Sie in die Zentrale Es ist ein Code 1 Höchste Dringlichkeit Ja, Sir Killen beendete das Gespräch In seinem Inneren Brodelte es Kapitel 3 Die Sonne schimmerte fahl durch den Nebel Der den nächtlichen Regen abgelöst hatte Und nun rund ums Staten Island lag Ein Schattenspiel, hell und dunkel Durchbrochen von Lichtreflexen Wenn sich ein Lichtstrahl auf den Glasfassaden Der Wolkenkratzer brach Es war früh, gerade einmal 6 Uhr In den auf Hochglanz polierten Magnetbahnen Die an langen Trassen durch die Stadt fuhren Befanden sich nur wenige Passagiere Auf den Straßen der Princess Bay Dort, wo sich Firmen wie Lamar Bionetics, Trona Data Systems Und der Medienmogul Ty Gettler ihre Wolkenkratzer gebaut hatten Waren Reinigungsfahrzeuge unterwegs Die die Bordsteine mit heißem Dampf säuberten Hier stand auch der Blackguard Tower Ein gewaltiger Bau aus Glas Von einer Meile Höhe Mit Außenaufzügen Und acht kreisrunden Landeplattformen Die von Flugabwehrgeschützen bewacht wurden Einige private Airseas rauschten in unterschiedlichen Flughöhen Die Main Street entlang Wobei ihre von Brennstoffzellen befeuerten Turbinen Nicht mehr Krach machten als ein starker Wind Sie waren die neue Generation von Aircars Eleganter und schneller als ihre von Rotoren bewegten Vorgängermodelle Aus den 20-30er Jahren Knapp über der Straße huschten gelbe Hovertaxis voran Dazwischen surrten leise Elektroautos Verbrennungsmotoren waren in Staten Island verboten Überwachungsdrohnen mit elegant geschwungenen Chassis Und flüsterleisen Rotoren Surrten zwischen den Hochhäusern hindurch Mit ihren Kameras überwachten sie Straßen und Plätze Eine junge Frau stand am Rand eines Parkdecks Sah auf die Stadt und rauchte Eine Windbö spielte mit ihrem schwarzen Haar Das ihr bis auf die Schultern reichte An ihrem linken Ohr hing ein silberner Ohrring Der sich in seiner Form perfekt an die Form ihrer Ohrmuschel anpasste Das untere Ende bestand aus einem abgeflachten Kegel Von dort aus bildeten zwei filigrane Drähte das Mittelstück Das in eine feine Spitze überging Die aus der oberen Windung ihres Ohrs herausstach Sie trug eine schwarz-graue Lederjacke Schwarze Handschuhe Und eine enge schwarze Latexhose Ihre schlanken, aber kräftigen Beine Steckten in schweren Motorradstiefeln Sie sah auf das offene Gewässer der Lower Bay Sie konnte es nicht sehen, aber da hinten Unterhalb von Brooklyn lag Fort Tilden Das Hochsicherheitsgefängnis der Blackguard Von dort würde der Transporter kommen Sie war nervös Während sie den Qualm durch die Nase blies Schnippte sie die Zigarette auf den Boden und trat sie aus Ihre Hände zitterten, als sie sich gleich eine neue ansteckte Hey Tyra Sie wandte sich dem Air Sea zu, das hinter ihr geparkt stand Die Tür war offen Ein Mann saß auf dem Fahrersitz Eine großkalibrige Pistole lugte in einem Halfter unter seiner linken Achsel hervor Nur mäßig durch eine kurze blaue Jacke verborgen Er hatte die Augen halb geschlossen Trotzdem wusste Tyra, dass er sie ansah Was ist denn, Jerry? Fragte sie ungeduldig Ob sie Rin schon geknackt haben? Bestimmt nicht Einen Typ A-Keeper knackt man nicht so leicht Sie hoffte, dass sie recht hatte Dir ist schon klar, wenn das hier schief geht, sind wir im Arsch Es wird nichts schief gehen Sie zog an ihre Zigarette, die sie sich in den Mundwinkel geklemmt hatte Sag mir doch nochmal, warum wir unseren Hals riskieren Tyra sah ihn verständnislos an Um Rin rauszuholen Ja, das habe ich begriffen, aber warum? Na, weil sie eine von uns ist Und weil sie Informationen hat, die für uns wichtig sein können Was denn für Informationen? Weiß ich nicht Das war Öl in Jerrys Feuer und er schwang die Beine aus dem Airsea Ach, das ist ja cool Sagte er ironisch Wir legen uns mit der Blackguard an und wissen nicht mal, ob es sich lohnt Tyra funkelte ihn wütend an Das hier ist ein freiwilliger Job Du hättest ja nicht mitkommen müssen Und den ganzen Spaß hier verpassen, um nichts in der Welt Jerry verschränkte die Hände im Nacken Sie wurde einfach nicht schlau aus ihm und seine Sticheleien ärgerten sie Seit sie ihn hatte abblitzen lassen, machte er sich einen Spaß draus, ihre Autorität infrage zu stellen Weißt du was, du kannst mich mal, sagte Tyra Gern, muss mir nur sagen, wann und wo Er grinste unverschämt Sie zeigte ihm den Mittelfinger und wandte sich ab Jerrys Fragen hatten sie verunsichert Nicht, was das Ziel betraf, aber sie begann an ihrem Plan zu zweifeln Es hatte alles sehr schnell gehen müssen Sie hatten nicht einmal eine Woche Zeit gehabt, nachdem sie nach New York gekommen waren Und Tyra fürchtete, etwas übersehen zu haben Um überhaupt an Rin heranzukommen, musste sie zuerst aus Fort Tilden verlegt werden Um das zu erreichen, war Tyra in den Hauptrechner der Blackguard eingedrungen Hatte Firewalls geknackt und Wächtersoftware überlistet Darin war sie gut Sie war wie ein Geist gewesen und hatte keine Spuren hinterlassen Doch das Warten zehrte an ihre Nerven und sie musste an Rin denken Hatte sie wirklich standgehalten? Kein Siegel war gut genug, um es nicht doch irgendwann zu brechen Vielleicht war das, was sie befreien wollten, inzwischen schon nicht mehr als eine leere, gebrochene Hülle Schluss damit, sagte Tyra leise zu sich selbst Was? fragte Jerry Nichts Entschlossen presste sie die Lippen zusammen Gib mir meine Tasche und dann mach dich fertig Jerry gehorchte Sie nahm ihm die Tasche ab und holte einen faustgroßen Würfel heraus, den sie auf die Motorhaube stellte und der sich wie eine Lotusblüte öffnete, nachdem sie ihn sanft gedrückt hatte Die Kanten leuchteten in einem blassen Blau und projizierten eine Tastatur auf die Motorhaube, die Windschutzscheibe wurde zum Display Tyros Finger flogen über die Buchstaben Jede Taste leuchtete bei Berührung Nacheinander öffneten sich vier verschiedene Kameraansichten, die von den anderen vier Teams stammten Zwei überwachten die Straße und zwei die Lower Bay Was ist mit den Überwachungsdrohnen? fragte Jerry Kümmere ich mich gerade drum? Sie arbeitete konzentriert Hier, Team 2, klang es aus dem Mikrokopfhörer Habe Sichtkontakt mit drei Blackguard-Transportern Sie fliegen in einer Höhe von etwa 30 Metern Haben gerade Corny Island passiert Statisches Rauschen begleitete die Meldung Hast wohl doch recht gehabt, sagte Jerry grinsend Tyra beachtete ihn nicht Verstanden, antwortete sie, während sich neue Fenster öffneten Durch die Kameraaugen der Überwachungsdrohnen hatte sie einen grandiosen Blick auf die Straßen und Wolkenkratzer unter ihr Neben den störungsfreien Bildern erschien eine Liste mit Flugdaten Höhe, Kurs, Windrichtung, Sichtweite Noch folgten die Drohnen der einprogrammierten Route Wenn ich die geknackt habe, bleiben uns drei Minuten, bis die merken, dass mit den Dingern was nicht stimmt Dann sollten wir nicht träudeln Jerry schlang sich dem Gurt des Scharfschützengewehrs um den linken Unterarm Dann sah er durch das Visier und justierte es auf einer Entfernung von 200 Metern Er lud eine 30-Millimeter-Patrone in die Kammer, die selbst Panzerglas durchschlagen konnte Ich bin drin, sagte Tyra Sie hatte jetzt die Kontrolle über die Überwachungsdrohnen und gab ihnen andere Flugrouten Noch ein Klick und die neuen Befehle würden ausgeführt Hier Team 1, Ziel nimmt südlichen Kurs, sie folgen der Küste Verstanden Sind eure Airsees bereit? Team 3, alles klar Team 4, bereit Okay, ab jetzt Funkstille, wartet auf mein Zeichen Wenn die unsere Blockade durchbrechen, sind sie weg sagte Jerry, ohne sie anzusehen Dann dürfen sie die eben nicht durchbrechen Sobald ich die Transporter gescannt habe, weiß ich, in welchem Rin sitzt Dann schießt ihr die anderen beiden weg und wir holen uns den letzten Klingt ja wie ein Kinderspiel Du kannst dir deine Scheißironie sonst wohin stecken Noch während sie sprach, spürte Tyra, wie ihr der Schweiß auf die Stirn trat und langsam in die Augenbrauen ran Sie ignorierte es Los geht's Sie tippte auf eine der Tasten und befahl die Drohnen auf eine andere Route Ab jetzt drei Minuten, sagte sie zu Jerry, der kurz nickte Dann schlagen sie Alarm Treffpunkt wie besprochen Okidoki Tyra raffte ihr Zeug zusammen, warf den Würfel auf den Beifahrersitz und klemmte sich hinter das Steuer Das Surren der Turbinen wurde zum Pfeifen Dann hob das bronzefarbene RC ab, klappte die Reifen ein, schloss die Seitenabdeckung und flog aus dem Parkhaus In dreißig Metern Höhe ging die Maschine in den Parkmodus über und blieb schwebend in der Luft stehen Die Wolkenkratzer gaben Deckung Tyra sah, wie die Transporter der Blackguard auf die Princess Street einschwenkten Die Fenster waren schmal und verspiegelt Auf dem matt-schwarzen Lack war der weiße Greif gut sichtbar Tyra warf die Scanner an Zunächst verzerrte sich das Bild und lief durch In den Cockpit-Lautsprechern knackte und rauschte es Erst als sie die Regler justierte und den ersten der Transporter ins Visier nahm, wurde das Bild klar Die Konstruktion des Fahrzeugs erschien wie ein Röntgenbild auf dem Monitor Vorne saßen zwei Personen, im Fond zwei weitere Das Bild zeigte, dass die Wachen im Fond mit Gewehren bewaffnet waren Tyra checkte den zweiten Transporter, bei dem sich ihr fast das gleiche Bild bot Mit dem Unterschied, dass nur eine Person auf dem Rücksitz saß Tyra schluckte Gleich war es soweit Sie checkte den letzten Transporter Wieder vier Personen Eilig zog sich Tyra eine schwarze Sturmhaube über den Kopf In dem Moment passierten die Maschinen ihre Position Das dumpfe, bedrohlich tiefe Brummen der Triebwerke konnte sie selbst in ihrem abgeschotteten Cockpit spüren Sie betätigte die Funktaste Zielperson im mittleren Wagen Los geht's! Wie aus dem Nichts tauchten zwei Airseas auf und flogen den Transportern entgegen Auf einem der benachbarten Dächer fiel ein Schuss, der grollend zwischen den Hochhäusern wiederhallte Ein Blitz und Funken spritzten, als die Kugel die gepanzerte Fahrerkabine des vorderen Transporters durchschlug Die Maschine kippte zur Seite, hielt aber Höhe und Position Gleichzeitig öffneten sich die Fenster an den Airseas Tyras Leute schossen mit Maschinenpistolen, die aber nicht viel ausrichteten Wie wütende Bienen knallten die Kugeln auf die Panzerung und prallten jaulend daran ab Nun reagierten auch die Besatzungen der Blackguard-Transporter Der hintere schierte aus, während ein Maschinengewehr aus dem Rumpf des vorderen ausfuhr Tyra sah es Jerry! schrie sie ins Mikro Worauf wartest du? Verfluchte Scheiße, schieß endlich! Es knisterte im Kopfhörer Jerry meldete sich Ich hab Ladehemmung! Verdammt! Tyra zog es schmerzhaft den Magen zusammen In dem Moment begann das Maschinengewehr des vorderen Transporters zu feuern Die beiden Airseas versuchten noch auszuweichen, indem sie Höhe gewannen Einem gelang es dem anderen nicht Der Beifahrer wurde von mehreren Kugeln getroffen und in den Sitz zurückgeworfen Tyra sah den Angriff scheitern, aber das durfte nicht sein Sie gab Vollgas und raste auf den zweiten Transporter zu Der dritte hatte inzwischen seine Position verlassen, um auf das Scharfschützenteam Jagd zu machen Jerry! der RT! brüllte Tyra aufgeregt in das Mikrofon Knall ihn ab! Überall Schüsse Der Lärm von jaulenden Triebwerken, das Sirren von Querschlägern Jerry! Es knisterte in der Leitung Tyra erhielt keine Antwort Sie riss das Steuer herum und rammte den zweiten Transporter mit der Beifahrerseite Aus dem Augenwinkel sah sie, dass der vordere Transporter das Feuer eingestellt hatte und zur Seite wegkippte Sein Motor jaulte wie ein angeschossenes Tier Dicker, öliger Qualm quoll aus der Motorhaube Als Tyra genauer hinsah, erlebte sie allerdings eine böse Überraschung Die Schiebetür an der Fahrerseite stand offen Eine hochgewachsene Frau stand dort Sie hatte den Kopf schräg gelegt und fixierte Tyra aus kalten, goldenen Augen Sie trug einen bodenlangen Mantel und war ganz in Schwarz gekleidet Für einen Moment begegneten sich ihre Blicke und Tyra erkannte, es war eine Falle Man hatte sie erwartet Die Frau mit den goldenen Augen riss eine MP hoch und feuerte Tyra reagierte ebenso schnell und ließ das Airsea zur Seite kippen Ein halbes Dutzend Kugeln zerfetzten Kotflügel und Motorhaube Sturzflug Die Maschine jagte an glänzenden Hochhausfassaden vorbei in die Tiefe Direkt auf die Straße zu Kugeln sirrten vorbei und rissen den Asphalt auf Abbruch, schrie Tyra ins Mikro An alle, Abbruch Bevor sie auf dem Boden aufschlug, riss sie die Maschine hoch Die Turbinen pfiffen und fauchten Das Airsea touchierte ein geparktes Auto, verbeulte die Seite und riss den Spiegel ab Der Einschlag war so hart, dass Tyra für einen Moment die Kontrolle verlor Sie wurde im Sitz hin und her geschleudert Der Gurt schnitt ihr schmerzhaft in die Brust Sie rammte eine Mülltonne und einen öffentlichen Com-Terminal, der funkensprühend aus der Verankerung gerissen wurde Dann hatte sie das Fahrzeug wieder im Griff und raste voran Sie sah Passanten, die am Boden kauerten oder sich unter Vordächern und in Hauseingänge flüchteten Jerry, Bob, Tyrone, meldet euch! Tyras Stimme überschlug sich Lagebericht! Aus dem Kopfhörer kamen nur abgehackte Funksprüche, unterbrochen von Rauschen und Knistern Tränen der Wut stiegen Tyra in die Augen Sie wischte sie weg und schlug die Hand aufs Lenkrad Plötzlich tauchten Lichter neben ihr auf Ein Flackern von Rot und Blau Landen Sie! Kam der barsche Befehl aus einem Lautsprecher Sie blickte zur Seite Ein Police Air Sea schwebte neben ihr Der Pilot sah zu ihr herüber und bedeutete ihr mit der Hand, dass sie landen sollte Leck mich! Tyra zeigte ihm den Mittelfinger und schob den Schubregler bis zum Anschlag nach vorne Die Maschine jagte davon das Polizeifahrzeug dicht hinter ihr Drei weitere schlossen sich an Tyra erkannte, dass die Falle perfekt geplant gewesen war Und sie hatte geglaubt, alles unter Kontrolle zu haben Fuck, fuck, fuck! Das Lichtgewitter verfolgte sie Sirenen heulten Ihr kriegt mich nicht, ihr Wetscher! Schrie sie, riss das Steuer herum, flog eine scharfe Kurve, um dann gleich hart nach oben zu lenken Senkrechter Steigflug Eine Warnleuchte blinkte rot Die Turbinentemperatur erreichte kritische Werte Warnung, Warnung, Maschinenausfall Warnung, Warnung Halt die Schnauze! Schrie Tyra gegen die Computerstimme an Und drückte dabei das Steuer bis zum Anschlag nach vorne Das Airsea kippte auf der Stelle von über und raste zurück in Richtung Erde und knapp an einem Polizeifahrzeug vorbei Tyra schrie, das Blut stieg ihr in den Kopf Er wurde schwindelig Hinter ihr knallte es Ein hastiger Blick auf die Instrumente Weitere Anzeigen waren im Grenzbereich Im Rückspiegel sah sie ein Police Airsea, dem Flammen aus den Turbinen schlugen Die Maschine trudelte und schmierte ab Tyra hielt auf die Küste zu Sie musste es über die Stadtgrenze von Staten Island schaffen, ohne dabei von den Küstenbatterien abgeschossen zu werden Das allein war schon ein Glücksspiel Sollte sie es tatsächlich schaffen, musste sie anschließend das Airsea loswerden, um dann irgendwie zu ihrem Kontaktmann nach Hell's Kitchen zu gelangen Tyras Gedanken wurden unterbrochen Der Motor fauchte laut Eine der Turbinen lief nicht mehr rund Mail Function, Mail Function Eine weitere Warnleuchte sprang an Turbinenschaden, meldete das Display Noch bevor Tyra reagieren konnte, riss eines der Turbinenblätter ab und durchschlug das Chassis Geschmolzenes Plastik und verbogenes Metall flogen am Cockpit vorbei Flammen schlugen aus dem Triebwerk vorne links Die Maschine kippte zur Seite Drei Airseas der Staten Island Flying Patrol warteten im Schwebeflug auf ihren Einsatz Mike Killen saß im dritten Fahrzeug Er trommelte nervös mit den Fingern auf das Steuerrad Sein Helm drückte Seine Panzerweste saß zu eng Die Luft im Cockpit roch Stickig Phoenix Rising Dieser Name war für ihn zum Inbegriff von allem geworden, was er verabscheute und hasste Sie selbst sahen sich als Freiheitskämpfer und nannten sich hochtrabend Bewahrer der Demokratie In Wirklichkeit waren sie Terroristen und Mörder Killen hasste sie so sehr, wie er noch nie jemanden zuvor in seinem Leben gehasst hatte Sie hatten zerstört, was er liebte Doch Brady hatte ihm das Versprechen abgenommen, professionell zu bleiben Und daran würde er sich auch halten Das hatte er sich fest vorgenommen Der Funk in seinem Helm meldete sich mit einem leisen Piepton und lenkte ihn ab Delta-Gruppe Flüchtige Personen in einem Airsea Identifiziert als Tyra Kane Infiltrationsspezialistin von Phoenix Rising Und Nummer 3 auf der Liste der meistgesuchten Terroristen Fliegt auf dem Westshore Expressway Richtung Fresh Kills Park Team Alpha hat bereits die Verfolgung aufgenommen Blockieren sie die mögliche Fluchtroute der Verdächtigen Sofort erschienen Koordinaten und ein vorberechnetes Flugdiagramm im Cockpit-Display Der Staffelführer meldete sich Delta 2 und 3, V-Formation Sobald das Ziel in Schussweite ist, benutzen wir E-Jammer, dann haben wir sie Sergeant Killen, ich weiß von Captain Brady, dass er sie hier nur ungern dabei hat Ich kenne den Grund, daher ein Rat Sie tun nur das, was ich Ihnen sage, verstanden? Ja, Sir, sagte Killen und dachte nur Arschloch Los, kam der knappe Befehl Die drei Police Air Seas flogen aus der Deckung und blockierten den Luftraum Aus dem Unterboden fuhren Geschütze aus Blaue Funken und knisternde Blitze sprühten um die Läufer Die Geschütze luden sich auf E-Jammer Online, kam die Ansage aus dem Bordcomputer Im Cockpit-Glas erschien ein dreidimensionales Zielsystem, das über einen Joystick in der Fahrertür gesteuert werden konnte In 400 Metern Entfernung kam ihr Ziel in Sicht, das eine große schwarze Rauchwolke hinter sich herzog Das Zielsystem erfasste insgesamt sieben Fahrzeuge Die Flüchtende und sechs Air Seas der Staten Island Police Blaulicht blitzte und spiegelte sich in der Verglasung der Bürogebäude Sirenen schrillten Bereithalten, sagte der Staffelführer Killen legte die Hand um den Joystick und den Daumen auf den Feuerknopf Der E-Jammer hatte nur Energie für drei Schuss Einer davon musste sitzen Er würde die Elektronik von Tyra Caines Maschine blockieren Und sie müssten die Flüchtige dann nur noch einsammeln Und wenn das nicht klappte, würde Killen sie abschießen Tyra schwitzte fürchterlich Rauch aus der brennenden Turbine quoll ins Cockpitinnere Der Geruch von verbranntem Fett, Maschinenöl und verschmortem Plastik stach ihr in Nase und Augen Sie musste eines der Fenster öffnen, um überhaupt atmen zu können Jedes Ausweichmanöver verlangte ihr und ihrer beschädigten Maschine alles ab Sie biss die Zähne zusammen Ihre Scanner zeigten drei weitere Air Seas gerade voraus Außerdem registrierten sie eine hohe Energiekonzentration Oh Mist, entfuhr es Tyra Hochziehen konnte sie nicht mehr Die drei verbliebenen Turbinen würden bei dem Versuch ausfallen Sie liefen jetzt schon auf Höchstleistung und standen kurz vor dem Überhitzen Tyra hielt die Höhe, flog mit maximalem Schub auf die Sperre zu Links von ihr kam eine Abzweigung in Sicht, die für ihr Air Seas eigentlich nicht breit genug war Trotzdem zögerte sie nicht und raste darauf zu Sie hatte eine Idee 180 150 130 Meter Die Anzeige auf dem Zieldisplay in Killens Cockpitscheibe zählte runter Die Maschine wurde größer 100 Meter In dem Moment bremste das Air Seas von Tyra Kane abrupt ab und kam fast zum Stillstand Die Wolkenkratzer reflektierten das protestierende Kreischen der Triebwerke Killen ahnte, was sie vorhatte Sie will durch die Gasse Feuer, rief der Staffelführer Im gleichen Moment kippte die flüchtige Maschine auf die Seite Die E-Jammer schossen, verfehlten Kane aber, weil sie im selben Moment Vollgas gab und seitlich in die schmale Gasse jagte, die zwischen zwei Büroblöcken lag Ohne nachzudenken gab Killen vollen Schub und folgte ihr Sergeant Killen zurück in die Formation Er antwortete nicht Er durfte Kane nicht entkommen lassen Sergeant, ich habe Ihnen einen Befehl Killen schaltete den Funk aus Legte seine Maschine ebenfalls auf die Seite und quetschte sie zwischen die Bürotürme Er gab noch einen Schuss mit dem E-Jammer ab, aber in dieser Position, auf der Seite liegend, konnte er nicht richtig zielen und verfehlte das Ziel ein zweites Mal Das flüchtende Air Seas jagte aus der Gasse und Killen direkt hinterher Der Abstand betrug nun 50 Meter Die Einfahrt zum Brooklyn Express Tunnel lag vor ihnen Blinkende Warnlichter hingen über einem Schild, auf dem Checkpoint One stand Autos standen in einer langen Schlange an den schwer bewachten Schranken Es war einfacher aus Staten Island hinaus, als hineinzukommen Killen schmeckte Schweiß auf den Lippen Die Anzeige des E-Jammers lud sich auf, war aber erst bei 50 Prozent Killen biss die Zähne zusammen, flog schneller und kam Kane noch ein Stück näher Tyra drückte ihr Air Seas nach unten Vor ihr lag der Brooklyn Express Tunnel Gelbe Lampen beleuchteten die Einfahrt Sie glaubte, die Maschine geradewegs in den Schlund eines Drachen zu steuern Sie flog jetzt so niedrig, dass sich die Leute auf der Straße zu Boden warfen oder die Köpfe einzogen Sie musste aus Staten Island raus Über die offene Bucht würde sie es nicht schaffen, da war sie ein leichtes Ziel Plötzlich knallte etwas gegen den Rumpf Tyra sah Lichtblitze Die Posten an den Checkpoints hatten das Feuer auf sie eröffnet Andere rannten zu zwei Flugabwehrgeschützen, die auf der Einfahrt zum Tunnel montiert waren Das ist nicht fair, schrie sie und riss das Steuer hoch Sie drehte ab, weg vom Tunnel und an der Küstenstraße entlang in Richtung Narrows Der verfluchte Bulle hatte sie eingeholt und ging nun längsseits Tyra schnappte sich ihre Automatik und schoss Killen sah nur kurz, wie Kane ihre Waffe hob Dann schlug die Salve auch schon in seiner Beifahrertür ein Zu seinem Glück war das Air Seas gepanzert Mit einem Fluch auf den Lippen rammte er Kane Metall und Kunststoff rieben sich aneinander Zierblenden rissen ab, Kotflügel verbogen sich Schlimmer aber war, dass der E-Jammer etwas abbekam und ausfiel Auch das leichte Bordgeschütz ließ sich nicht mehr ausfahren Verdammtes Schrotting! Killen schlug mit der Faust gegen die Seitenscheibe Tyra drückte die Nase der Maschine nach unten und entkam dem nächsten Rammversuch Sie flog nun so knapp über dem Meer, dass die Turbinen Wasser aufwirbelten Sie sah nach oben Das Police Air Seas war nun direkt über ihr und ging tiefer Das ist verrückt! Der bringt uns beide um! Sie flog nach links, zurück nach Staten Island, noch bevor sie die Narrows Bridge erreichte Der Cop ließ sich nicht abschütteln Scheißkerl! Tyra jagte die Triebwerke in den roten Bereich und kam unter dem Police Air Seas weg Doch der Cop tat es ihr gleich, beschleunigte ebenfalls und rammte sie von hinten In dem Moment tauchte vor ihr einer der Black Guard Transporter auf und sie erkannte die Frau mit den goldenen Augen Sie stand festgeschnallt in der offenen Tür und zielte mit einem schweren Sturmgewehr auf sie Tyra konnte ausweichen, die Salve jagte knapp am Cockpit vorbei Der Cop war nun rechts von ihr Tyra erkannte ihre Chance Klappte es nicht, war sie tot Heißer Dampf wirbelte in Spiralen hinter ihrem Air Sea her, als sie das Steuer herumriss und mit voller Wucht in ihren Gegner krachte Beide Flugmaschinen verkeilten sich ineinander und rasten gemeinsam auf den Black Guard Transporter zu Der Einschlag war so heftig, dass Killen mit dem Kopf gegen die Seitenscheibe knallte Der Pilot des Black Guard Transporters versuchte noch auszuweichen, aber es war zu spät Killen touchierte das Heck des Transporters, der in Richtung Expressway abstürzte Killens Air Sea überschlug sich in der Luft und raste in die zwölfte Etage eines Bürogebäudes Die Fenster zerbarsten Tische, Computer, Stühle, alles flog herum Eine Leiter knallte auf das Cockpit Farbeimer zerplatzten wie Wasserballons Plastikplanen wurden von den wirbelnden Turbinen eingesogen, was ein flatterndes Geräusch machte und dann zu einem dumpfen Knall führte Killen wurde nach vorne in den Sicherheitsgurt geschleudert und das Steuer verstauchte ihm das Handgelenk Die Front seines Air Seas riss ab, alles wirbelte und drehte sich Er fühlte, dass etwas in seinem Körper zerbrach und ihm wurde schwarz vor Augen In einem letzten klaren Moment sah er, dass er auf einen mannsgroßen Teffy Timber Bear zuraste Das flauschige Maskottchen von Bakerman Medics Ritalinflocken für Kinder Kapitel 4 Die Zelle war klein, nicht mehr als fünf Quadratmeter Es gab eine Pritsche, einen Tisch, einen Stuhl, einen Schrank und eine Toilette An der Decke hing eine Überwachungskamera, die Sandra Deeks zu jeder Stunde beobachtete Nicht einmal, wenn sie auf die Toilette musste, war sie für sich Jetzt hockte sie auf der Pritsche, hatte die Beine angezogen und die Arme um die Knie geschlungen Sie trug eine Art schwarzen Schlafanzug mit der Nummer A22D auf der Brust Dazu dünne Sandalen Sie hatte nichts, um sich abzulenken, nur ihre Gedanken und ihre Angst Sie hatte aufgehört zu weinen und zu fragen, warum man sie hergebracht hatte Niemand sagte ihr etwas, dafür musste sie unzählige Fragen beantworten Dr. Davis tat immer so, als wäre er ihr Freund, als wolle er ihr helfen Dabei sprach er mit ihr, als wäre sie ein Kind oder schwachsinnig Bevor er mit seiner täglichen Behandlung begann, spritzte er ihr etwas, das sie schläfrig machte Dann zeigte er ihr Bilder von Tieren, Menschen, Orten, Dingen Dabei scannte er ihren Kopf Sandra verstand nicht, was das sollte, sie verkaufte doch nur Damenkosmetik Irgendwann, nachdem sie eine unendlich lange Zeit regungslos dagesessen und nachgedacht hatte hob sie den Kopf und starrte in das Auge der Überwachungskamera Sie ist wirklich hübsch, sagte einer der Wärter, der sich lässig in seinem Stuhl riekelte und Sandra auf dem Monitor beobachtete Stimmt, antwortete sein Kollege beiläufig während er sich weiter mit den Eintragungen auf seinem Lightpad beschäftigte Und sie ist wirklich ein Typ A-Keeper? Hat der Boss zumindest gesagt Dann weiß sie gar nichts? Der andere spielte einen Moment mit dem Button, der das Display des Lightpads projizierte, ehe er es auf den Tisch legte Dann nahm er seinen Tee, der inzwischen kalt geworden war, und setzte sich Sie weiß alles und auch wieder nichts Das verstehe ich nicht Ich weiß auch nicht so genau, wie das funktioniert Hat irgendwas mit dem Unterbewusstsein zu tun? antwortete der zweite Wärter abwesend und sah in seine Tasse Da schwimmt ja eine Fliege in meinem Tee, ist ja eklig Verstehe ich immer noch nicht, wiederholte sein Kollege Die Tür öffnete sich Dr. Davis kam herein Die Wärter nickten ihm zu, doch der Doktor blickte nur auf den Monitor Hat sie was gesagt? Nein, Doktor Hat sie irgendwas gemacht? Nein, sie sitzt seit Stunden nur so da Davis fuhr sich durch das lockig braune Haar Zog die Brille von der Nase und begann geistesabwesend an einem der Bügel zu kauen Die ist ein ganz schön harter Brocken, was, Doktor? Davis legte die Stirn in Falten und sah den Wachhabenden an Dessen Lächeln erstarrte, doch seine Neugierde blieb Sir, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Was denn? schnauzte Davis mit schlechter Laune zurück Woher wissen Sie, dass diese Frau auch wirklich ein Secret Keeper ist? Weil es unsere Geheimdienstabteilung gesagt hat Und wieso, Davis unterbrach ihn gereizt Eine Frage, keine zweite Dafür habe ich keine Zeit Melden Sie sich, wenn sich an Ihrem Verhalten etwas ändern sollte Davis schob die Brille zurück auf die Nase und rauschte aus dem Raum Der Wärter sah ihm nach Idiot Der andere Wärter starrte noch immer in seine Tasse Jetzt ist sie ersoffen Wusstest du, dass Fliegen nicht schwimmen können? Kapitel 5 Das Erwachen war grässlich Kopf und Nacken fühlten sich an, als hätte jemand mit einem Baseballschläger darauf eingedroschen Er hatte diesen widerlichen medizinischen Geschmack im Mund Und da war dieser Geruch von Desinfektionsmitteln, den er nicht aus der Nase bekam Seine Augen brannten Als Killian sie aufschlug, fühlten sie sich trocken an Und graue Schlieren vernebelten ihm die Sicht Er hing an Kabeln So viel konnte er erkennen Hinter seinem Kopf gab irgendein Gerät ein gleichmäßiges und ziemlich nervtötendes Piepen von sich Killian versuchte hinzusehen, um herauszufinden, an was man ihn da angeschlossen hatte Aber er konnte den Kopf nicht drehen, ohne dass ihm schwindelig wurde Bleiben Sie bitte ruhig liegen, Sergeant Killian Das hübsche Gesicht deiner Schwester beugte sich über ihn Sie schenkte ihm ein kurzes Lächeln, während sie Daten seiner Vitalfunktionen in ihr Lightpad tippte Die Lichtblitze beim Berühren einer Taste ließen Killian aufstöhnen Licht tat ihm in den Augen weh Als sie endlich fertig war, fragte er Wo bin ich? Seine Stimme klang heiser Im Whitewall Hospital Und wie lange war ich weg? Ein paar Stunden Sie haben großes Glück gehabt Aha, fühlt sich aber nicht so an Haben Sie Schmerzen? Mein Kopf bringt mich noch um und mein Nacken Ist noch alles da, wo es hingehört? Sie lachte leise Ja, mehr oder weniger Sie spritzte ihm etwas durch den Zugang in seiner Hand Wird gleich besser Sie haben sich den Kopf ordentlich angeschlagen Aber keine Sorge, es ist keine Gehirnerschütterung Wenigstens was Wissen Sie noch, was passiert ist? Killian machte ein angestrengtes Gesicht Ich glaube, ich bin in irgendwas reingeflogen Sie sollen ein ganzes Büro verwüstet haben Habe ich gehört Oh nein Sie hatten Glück, dass Sie niemanden verletzt haben Da war auch keiner Glaube ich zumindest Er fasste sich an die Schleife Bitte bewegen Sie sich nicht zu sehr Das könnte die Arbeit der Nanos beeinträchtigen Killian hob vorsichtig den Kopf und sah an sich hinab Sein linkes Bein lag in einer durchsichtigen Kunststoffröhre Die seinen Oberschenkel umschloss Die Röhre war mit einer gelartigen Flüssigkeit gefüllt Sie haben eine offene Fraktur des Wadenbeins Erklärte die Schwester Unsere medizinischen Nanoroboter richten es gerade Und stabilisieren es mit künstlicher Knochensubstanz Danach nähen sie alles zu Das Bein wird wieder wie neu Killian spürte davon nichts Das Gel enthielt Schmerzmittel für eine örtliche Betäubung Wie lange dauert das noch? Ungeduldig? Ich mag Krankenhäuser nicht besonders Vier Stunden ungefähr Killian seufzte Seien Sie lieber dankbar, dass Sie noch am Leben sind Die Schwester legte ihm sanft die Hand auf die Schulter Die Berührung tat gut Ich muss jetzt gehen, sagte sie Drückte den Button ihres Lightpads Den sie sich um den Hals gehängt hatte Und das Display verschwand Schlafen Sie noch etwas Ich sehe nachher nochmal nach Ihnen Dann wandte sie sich ab und ging Killians Blick folgte ihr und blieb an zwei Personen hängen Die am Fenster zum Flur standen und sich unterhielten Einer von ihnen war Captain Brady Den anderen kannte er nicht Aber er sah offiziell aus In seinem teuren Anzug und dem nach hinten gegelten Haar Die Schwester schloss die Tür hinter sich Und die Fenster waren schallgedämpft Sodass kein Laut in das Zimmer drang Killian konnte sehen, wie Brady wild mit den Händen gestikulierte Das tat er immer, wenn er sich aufregte Der andere hörte mit verschränkten Armen zu Und rührte sich kaum Killian beschlich das ungute Gefühl Dass es bei diesem Gespräch um ihn ging Irgendwann entgegnete der Mann Brady etwas Und beendete die Diskussion Dann ging er Captain Brady blieb stehen Und ließ den Kopf sinken Ehe er das Zimmer betrat Hey Mike Sagte er und machte sich gar nicht erst die Mühe Seine schlechte Laune zu verbergen Er zog seinen Trenchcoat aus Warf ihn über eine Stuhllehne Und kam zu Killian ans Bett Sie haben mir mit Anlauf in den Arsch getreten, Mike Sagte Brady Sie hatten mir ihr Wort gegeben Er schüttelte resigniert den Kopf Ich dachte, ich könnte mich darauf verlassen Es tut mir leid Ich musste es einfach versuchen Erklärte Killian Haben Sie Tira Cain denn erwischen können? Nein, dank Ihnen ist sie entkommen Mist Die ganze Aktion hat für ziemlichen Wirbel gesorgt Und da es schiefgegangen ist Sucht die Black Guard nun einen Sündenbock Hätten sie Cain geschnappt Wären sie sicher für ihren Einsatz belobigt worden Aber so Muss man ein Exempel statuieren Killian lachte freudlos Hat das mit dem Kerl zu tun Mit dem sie gerade geredet haben? Brady nickte Und machte ein finsteres Gesicht Das war Dominic Francis Chief Secretary von Henry Barlet Dem Chef der Black Guard Er ist stocksauer Und nicht nur wegen dem verpatzten Einsatz Was habe ich denn noch verbrochen? In dem Transporter, den sie runtergeholt haben Saß Miss Eris Wer? Sie ist Francis rechter Hand Er nimmt die Sache also auch persönlich Klasse Dann sitze ich jetzt ja richtig in der Tente Brady fuhr sich mit der Hand durch das lichter werdende Haar An den Schläfen hatte er schon deutliche Geheimratsecken Dabei war er vor zwei Monaten erst neununddreißig geworden Mehr als sie denken Sagte er schließlich Sie werden versetzt Das ist ein Witz, ja? Ich hab mir nie was zu Schulden kommen lassen Es tut mir leid, Mike Ich habe versucht, sie umzustimmen, aber Er schüttelte den Kopf Sobald sie aus dem Krankenhaus entlassen werden Müssen sie Staten Island verlassen Und wohin soll ich versetzt werden? Nach Brooklyn zum DSO Das ist doch eine Spezialeinheit für besondere Einsätze Was soll ich denn da? Ich fliege Airseas Ich bin Pilot, verdammt man mal Die brauchen Leute Und sie machen das schon Klin wusste nicht, ob er wütend enttäuscht Oder reumütig sein sollte Neun Jahre Dienst und jetzt einen Arschtritt? Den haben sie sich selbst zuzuschreiben Ja, klar, danke Sagte Klin Es ist nicht das Ende der Welt, Mike Für Sie sicher nicht, Boss Sie bleiben ja auch hier Sein Captain sah verärgert aus Ich habe für Sie getan, was ich konnte Tut mir leid, mehr war nicht drin Ich denke, Sie gehen jetzt besser, Captain Brady schnappte sich seinen Trenchcoat Und warf ihn sich über den Arm Ich schicke ein paar Kollegen vorbei Die werden Sie zu Ihrem Apartment begleiten Brady klopfte auf den Rahmen des Bettes Halten Sie die Ohren steif Klin drehte wortlos den Kopf zur Seite Als Brady das Zimmer verließ Kapitel 6 Es war eine Hetzjagd Überall suchten Polizeipatrouillen, Blackguard-Agenten und Überwachungsdrohnen nach ihr Auf den großen Werbetafeln tauchte ihr Gesicht auf Eine Belohnung von 15.000 East-Dollar war auf ihre Ergreifung ausgesetzt worden Unter ihrem Foto blinkte ein Schriftzug in leuchtendem Rot Tyra Kane, Terroristin Und der Zusatz Sehr gefährlich Terroristin Tyra spuckte aus Was die Regierung mit dem Westen anstellte, das war Terrorismus Als die Dürre kam und die Wüsten sich immer weiter ausbreiteten, hatte sie nichts getan Nur zugesehen, wie die Menschen an Wasser- und Nahrungsmangel zugrunde gingen Statt zu helfen, hatten sie eine Grenzbefestigung von Norden nach Süden gezogen, um die Flüchtlingsströme aufzuhalten Die Menschen hatten aus purer Not die Grenzposten gestürmt und der Osten hatte auf sie schießen lassen Terrorbekämpfung, nannte Präsident Stoddard das Tyra hätte über so viel Ignoranz und Arroganz lachen können, wenn es nicht so bitter gewesen wäre Denn die Entwicklung lief nur auf eines hinaus Einen Bürgerkrieg, der Millionen Leben auf beiden Seiten auslöschen würde Doch all diese Gedanken halfen ihr jetzt nicht weiter Sie war in diesem Park abgestürzt und hatte sich gerade so in die Kanalisation flüchten können Ehe Polizei und Blackguard das Gelände erreicht und mit Drohnen nach ihr abgesucht hatten Nun musste sie unbedingt runter von Staten Island, aber nicht raus aus New York Sie war hier, um Ryn zu retten und das würde sie auch tun Doch zunächst musste sie sich selbst retten Denn wenn man sie schnappte, würde sie entweder gleich erschossen oder eingesperrt, gefoltert, verhört und dann hingerichtet werden Die üblichen Transferpunkte wie Flughafen, Air-Sea-Terminals, Fährschiffe, Straßen oder die Unterwassertunnel blieben ihr verwehrt Und ihre Kontaktperson in Hell's Kitchen konnte sie auch nicht um Hilfe bitten Denn es war sicher, dass alle Kommunikationswege, die aus Staten Island hinausführten, überwacht wurden Nein, sie musste alleine einen Weg finden Inzwischen hatte sie den Hafen erreicht, in dem sie sich in einem Mülllaster versteckt hatte Es war Nacht geworden Überall ragten Scheinwerfermasten in die Höhe Feiner Regen glänzte im Strahl ihrer Lampen Tara erhaschte einen kurzen Blick nach draußen In den Hafenbecken lagen riesige Containerschiffe, die von nicht minder beeindruckenden Lastkränen be- und entladen wurden Sie passierten kilometerlange Reihen von Lagerhäusern und Plätze, auf denen sich Container bis zu einer Höhe von 20 Fuß stapelten Schweber mit offener Ladefläche flogen herum Männer, die in martialisch aussehenden Transport-Walkern steckten, schleppten Lasten, die ein Vielfaches ihres eigenen Körpergewichts wogen Die gelben Warnlampen der Maschinen flackerten in den Pfützen Dann sah Tara etwas, das sie automatisch tiefer im Dreck des Müllasters in Deckung gehen ließ An einem der Containerbüros parkte ein Police-RC Ein Kopp in schwarz-blauer Körperpanzerung mit verspiegeltem Visierhelm stand mit schussbereiter MP am Fuß der Treppe, die zu einem Bürokontainer führte, aus dem gerade ein zweiter Beamter trat und die Stufen herunterkamen Der Müllwagen fuhr vorbei Unwillkürlich hielt Tara die Luft an Sie atmete erst wieder, als der Lastwagen um die nächste Ecke bog und in eine Lagerhalle fuhr, in der der Wohlstandsmüll von Staten Island gesammelt, sortiert, wiederverwertet und der Rest für den Abtransport in die Müllverbrennungsanlagen vorbereitet wurde Hier herrschte ein ohrenbetäubender Lärm Sortiermaschinen öffneten zischend Luken, schoben Metall hierhin, Plastik dorthin und Restmüll fiel auf Fließbänder, die über ein ölverschmiertes Räderwerk ratterten Gigantische Greifer, die wie Riesenhände von der Decke kamen, griffen Tonnen von Müll, der dann auf Schiffe verladen wurde, die vollautomatisiert der Route zu den Müllverbrennungsanlagen den Hudson hinauf nach Fort Lee folgten Der Müllwagen fuhr rückwärts an eine Abladestelle Tara sprang ab Sie musste auf eines dieser Schiffe gelangen, sie waren ihre Fahrkarte runter von der Insel Aber sie brauchte eine Tarnung Sie musste aussehen wie die Arbeiter hier Tara schlich sich in einen der Pausenräume und brach einen Spind auf Darin fand sie einen Overall und einen Arbeitshelm Sie hatte gerade die Lederjacke ausgezogen, als sich die Tür öffnete Ein verdreckter Mann im Overall kam herein Er zog den Helm vom Kopf und klemmte ihn sich unter den Armen Sein Haar klebte verschwitzt am Schädel Als er Tara sah, grinste er müde Sie starrte ihn an Auch Nachtschicht, fragte er, nahm seine Keycard und öffnete seinen Spind Unter einem Spiegel klebte das animierte Hologramm eines kleinen Mädchens, das ihm Luftküsse zuwarf und winkte Er legte den Helm in das oberste Fach, zog Stiefel und Overall aus und nahm ein Handtuch aus dem Spind Bis auf die Unterhose war er nackt Bist neu, hm? Endlich gelang es Tara, ihre Überraschung abzuschütteln Ja, fang gerade an Ach, die vierte Schicht ist scheiße Ich hab fast immer die dritte, die ist okay Er ging an Tara vorbei und nahm sich einen Kaffee Ich hab mal gehört, das Zeug wird aus Läusen gemacht Sagte er und deutete auf den Pappbecher Kann man aber trotzdem trinken Er lachte Dann setzte er sich an den Pausentisch, auf dem ein übervoller Aschenbecher stand Brandflecken und runde Abdrücke von Kaffeetassen verunzierten die Oberfläche Haben sie dich Fraser zugeteilt? Sie nickte Keine Ahnung, wer Fraser war Der ist okay Wenn du deinen Job gut machst, macht er keinen Stress Gib nach Feierabend schon mal einen aus Über dem Tisch hing ein TV-Panel TV anschalten News Channel 91 Sagte der Arbeiter Das Bild sprang an Tara hatte dem Arbeiter den Rücken zugewandt Inzwischen war sie in den Overall gestiegen und zog sich den Reißverschluss hoch Der Overall war rot, schmutzig und gut zwei Nummern zu groß Die Arme fielen ihr über die Fingerspitzen Wie heißt du eigentlich? Ich bin Anthony, kannst mich aber ruhig Er verstummte mitten im Satz Irgendwas hatte ihn abgelenkt Tara beschlich eine ungute Ahnung, die zur Gewissheit wurde, als Anthony den Ton lauter stellte Die gesuchte Tyra Kane gehört zum engsten Kreis der Terrorgruppe Phoenix Rising Tyra Kane gilt als unberechenbar und sehr gefährlich Für ihre Ergreifung hat der Stadtrat von Staten Island eine Belohnung von 15.000 Dollar ausgesetzt Sollten sie die Flüchtige Tyra wirbelte herum In ihrer Hand hielt sie eine Cold Sizzler Automatik Eine kleine, gut zu verbergende Waffe, die allerdings hässlich große Löcher machen konnte Anthony ließ vor Schreck den Pappbecher fallen Heißer Kaffee spritzte über den Tisch und zwischen seine Beine Er atmete keuchend ein Ich halte dicht, ehrlich Mit panisch großen Augen hob er die Hände Bitte leg mich nicht um Mach keinen Unsinn, dann passiert dir auch nichts Sie kam an den Tisch TV aus Tyra hielt die Waffe gesenkt, aber mit beiden Händen fest Sie blieb wachsam und strahlte eine kühle Gelassenheit aus Tatsächlich brodelte es in ihr Sie war nervös Mit einem Kopfnicken deutete Tyra auf eine zweite Tür An der das Poster einer nackten, rothaarigen Frau hing Was ist dahinter? Die Die Duschen In diesem Moment öffnete sich die Tür zum Pausenraum ein weiteres Mal Und drei Arbeiter drängten lärmend und lachend hinein Tyra war nur für einen winzigen Moment abgelenkt, aber den nutzte Anthony Er packte sie an den Handgelenken und zwang ihre Arme zur Seite Ihr Zeigefinger zuckte und betätigte den Abzug Eine Salve zerfetzte die Kunststofflehnen der Sitzbänke Kommt her, verflucht! Das ist Tyra Kane, die Terroristin! Schrie Anthony Die Männer glotzten überrascht Für die gibt's 15.000 Dollar! Das brachte Leben in die drei Zusammen war es für sie nicht schwer, Tyra zu entwaffnen Lasst mich los, ihr Arschlöcher! Die zappelt ganz schön, bemerkte einer mit einem struppigen Schnurrbart, der ihren Fußtritten auswich Das haben wir gleich, bemerkte sein Kumpel und schlug Tyra die Faust ins Gesicht Sie kippte bewusstlos zur Seite Kapitel 7 Dominic Francis' Büro lag an der obersten Etage des Blackguard Towers an der Roosevelt Plaza Nummer 6 auf Staten Island Es war geräumig und hell Sein Schreibtisch stand vor einer Fensterfront, die einen unglaublichen Blick auf Seguin Point und die Raritan Bay erlaubte Die Büro-Wände waren weiß gestrichen, Decke und Boden glänzten schwarz An einer Wand hingen Schusswaffen und Schwerter aus den verschiedensten Epochen Ein japanisches Katana aus dem 16. Jahrhundert stand auf seinem Schreibtisch und war Francis ganzer Stolz In einem großen Aquarium, das in die andere Wand eingelassen war, schwammen bunt schillernde Salzwasserfische Das Büro war so makellos elegant, wie Francis selbst es war Der schwarze Anzug saß passgenau Die Schuhe waren frisch poliert, die schwarze Krawatte tadellos gebunden Auf seinem Kopf stand kein Härchen in die falsche Richtung Sie hatten Tyra Kane gefunden Gerade hatte er die Nachricht erhalten Selbstzufrieden lächelte er in sich hinein Er zog das Bügel-Mikro vom Kopf und legte es auf den Schreibtisch Bevor er sich mit beiden Händen über die Frisur strich Sandy! Eine Verbindung kam zustande und die sehr junge Stimme seiner Sekretärin meldete sich Ja, Sir? Ist Miss Eris schon da? Sie ist gerade hereingekommen, Sir Gut, dann schicken Sie sie rein Francis erwartete sie, indem er sich vor dem Fenster aufbaute Die Hände hinter dem Rücken verschränkte und den Blick aufs Meer richtete Als sie eintrat, warnte er sich um Er bewunderte ihre Anmut Die Art, wie sie sich bewegte, wie sie ging Wie ein Model Dabei war sie absolut tödlich und skrupellos Und er liebte sie Was er ihr allerdings nie gesagt hätte Meine Liebe, sagte Francis Breitete die Arme aus und führte sie zu der Sitzgruppe vor dem Aquarium Bitte, nehmen Sie Platz Sie nickte stumm, setzte sich und schlug die Beine übereinander Sie trug kniehohe Schnürstiefel Francis mochte das Er sah einen Moment zu lange hin, bis er selbst bemerkte, dass er ihre Beine anstarrte Er räusperte sich Wir haben Cain Ich will, dass Sie sie herbringen Eris beugte sich vor Wo ist sie? Francis tippte etwas in die holographische Tastatur Bloomfield, Müllverbrennungsanlage West Graham Die Polizei ist bereits vor Ort und erwartet ihr Eintreffen Ich will kein Risiko eingehen Nehmen Sie eine Special Unit mit Ich möchte nicht, dass noch einmal etwas schiefläuft Mr. Berlitz war über den Verlauf der letzten Aktion nicht sehr erfreut Sie stand auf und streifte die Handschuhe über Ich mache mich gleich auf den Weg Einen Moment noch So Dieser Polizist, der ihren Transporter zum Absturz brachte, wurde strafversetzt Ich verstehe, erwiderte sie emotionslos Francis hatte mehr Dankbarkeit erwartet, sagte aber nichts dazu In ihrer Gegenwart fühlte er sich immer ein wenig unsicher Ein Gefühl, das er ganz und gar nicht mochte War das dann alles? Der Mann heißt Michael Killen, fügte er an Sie zögerte kurz, dann nickte sie und ging Francis konnte nicht anders Er musste ihr auf den perfekt geformten Hintern starren Kapitel 8 Tyra lag auf hartem Beton Sie stöhnte Ihre Wange war angeschwollen und schmerzte Aber es gelang ihr, die Arme zu bewegen Man hatte sie also nicht gefesselt Mit zitternden Beinen stand sie auf und öffnete die Augen Noch war ihr Blick verschwommen Aber er wurde klarer und sie konnte sich umsehen Es gab keine Fenster, nur einen Strahler an der Decke, dessen grelles Licht kalt auf sie hinableuchtete Die Wände waren grau und schmutzig In der abgestandenen Luft lag der Geruch von Müll Außer zwei deckenhohen, leeren Metallregalen gab es keine Einrichtung Da war nur eine Tür, die mit Sicherheit verschlossen und bewacht war Tyra wusste nicht, wie lange sie bewusstlos gewesen war, aber eins wurde ihr ziemlich schnell klar Die Blackguard würden sie holen kommen, wenn sie nicht schon da waren Gefangen wie eine Ratte Sie spürte Panik in sich aufsteigen Angst schnürte ihr die Kehle zu Sie zwang sich, ruhig zu atmen und sich zu konzentrieren Such einen Ausweg Es muss einen geben Es gibt immer einen Der Blackguard-Transporter landete vor dem Hauptgebäude der Müllverwertungsanlage in Bloomfield Die beiden seitlichen Schiebetüren öffneten sich und sechs Männer mit Körperpanzerung sprangen heraus Sie trugen abgedunkelte Visierhelme und Sturmgewehre Eris verließ als Letzte die Maschine Sie wurde bereits erwartet Zwei Männer des Vorstands und eine Sekretärin kamen auf sie zu Guten Abend, wir wurden über ihr Kommen informiert, wir freuen uns Eris ging einfach weiter, ohne das Empfangskomitee auch nur anzusehen Wo ist die Gefangene? Bitte hier entlang Tyra stand mit dem linken Fuß auf dem einen Metallregal und mit dem rechten auf dem anderen Neben dem Strahler gab es ein Lüftungsgitter in der Decke Sie konnte es gerade so mit den Fingerspitzen erreichen Ein Stück höher Sie verlagerte das Gewicht Das linke Regal knackte, quietschte und wackelte Tyra hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten Sie streckte sich und zog an dem Lüftungsgitter Es bewegte sich ein wenig Eris und die sechs Blackguard Soldaten betraten die Lobby des Verwaltungsgebäudes Links von ihnen lag ein verwaister Empfang, der von Deckenstrahlern in ein grünes Licht gehüllt wurde, die die zahlreichen Pflanzen beleuchteten Gegenüber lagen die Aufzüge Niemand sprach ein Wort, als sie einstiegen Auch nicht, als sich der Aufzug in Bewegung setzte und Eris ihre Drowner Special Automatik unter dem Mantel hervorzog Der Putz rieselte Tyra in die Augen Der scharfkantige Rand des Lüftungsgitters ritzte ihr die Fingerkuppen blutig und sie brach sich einen Nagel ab Aber sie hatte Glück Das Gitter war nur eingesetzt und nicht verschraubt worden Sie konnte es aus der Decke ziehen Tyra schwitzte vor Anstrengung, als sie auf den wackeligen Regalen stehend die Arme ausstreckte, um den Rand des Lüftungsschachts zu erreichen Eine Fingerlänge fehlte Sie ging in die Knie und stieß sich ab Ihre Finger bekamen den Rand zu fassen In dem Moment krachte eines der Regale laut scheppernd zu Boden Was war das? Der leitende Angestellte war erschrocken stehen geblieben Eris stieß ihn beiseite und rannte los Am Ende des Korridors standen zwei Polizisten, die eine Tür bewachten Einer von ihnen zückte gerade eine Keycard Eris erreichte ihn in dem Moment, in dem er die Tür öffnete Ohne auf seinen Protest zu achten, stürmte sie an ihm vorbei in das provisorische Gefängnis Der Raum war leer Eris' Blick fiel gleich auf das herausgerissene Lüftungsgitter und den offenen Schacht in der Decke Sie ist in den Belüftungsschächten Setzt Chaser-Drohnen ein und benutzt Schockblocker Ich will sie lebend haben Sie wechselte das Magazin, während die Soldaten ausschwärmten Eris blieb in dem Raum Sie fixierte die Öffnung, steckte die Waffe ein und sprang hoch Dazu hatte sie nicht einmal Schwung nehmen müssen In den Lüftungsschächten war es finster Nur ihre goldenen Augen blitzten wie die einer Katze Sie sah alles Da waren Abdrücke im Staub Tyra spürte, dass man ihr folgte Aber sie drehte sich nicht um Sie beeilte sich nur noch mehr Bei der ersten Möglichkeit hatte sie eine Abzweigung genommen Dann noch eine Es war ein Labyrinth Die Gänge verliefen lange in gerader Richtung Bevor sie urplötzlich steil abfielen Nur um gleich darauf wieder anzusteigen Ich weiß, dass Sie hier sind Echote die Stimme einer Frau durch die Belüftungstunnel Auch wenn Tyra sie nicht sehen konnte Sie wusste genau, wer das war Sie kroch auf allen Vieren weiter Wieder eine Abzweigung Was, wenn sie sich jetzt in die falsche Richtung bewegte? Die Angst ihrer Verfolgerin, geradewegs in die Arme zu laufen, wuchs Aber sie hatte Glück Da war ein schwaches Licht in einem der Schächte Tyra kroch darauf zu und erreichte eine schmale Leiter, die nach oben führte Ein kühler Luftzug strich ihr über das Gesicht Der Schein eines großen Strahlers fiel durch ein grobmaschiges Gitter Sie warf einen schnellen Blick über die Schulter Ihre Verfolgerin kam näher Sie konnte die Bewegungen hören, die bereits ganz nah waren Tyra griff nach der ersten Sprosse und zog sich daran hoch Dann die Nächte, immer weiter, raus aus der Dunkelheit Doch dann versperrte ihr ein Gitter den Weg Sie drückte mit einer Hand dagegen Es rührte sich nicht Sie biß die Zähne zusammen, rollte den Kopf auf die Brust und presste sich mit Nacken, Schultern und Rücken gegen das Gitter Alle Kraft kam aus den Beinen, mit denen sie sich abstützte Ihre Muskeln zitterten Metall knackte Von unten hörte sie eine leise Stimme, die aber nicht zu ihr sprach Sie verstand nur Chaser-Drohne und Dach Das genügte ihr, um die Bemühungen zu verdoppeln Da ihre Verfolgerin ihre Position ausgemacht hatte, war es nun nicht mehr nötig, leise zu sein Sie ging auf der Leiter in die Knie und stieß sich mit aller Kraft nach oben Das Gitter presste sich ihr schmerzhaft in den Nacken Eine Schraube riß ab, dann brach eine zweite Tyra schob sich durch Das Metall war scharfkantig und kratzte ihr die Unterarme blutig Halt! schrie ihre Verfolgerin Dann fiel ein Schuss Er glich einem dumpfen Ploppen Das elektrisch geladene Geschoss traf das Gitter Tyra gelang es gerade noch, die Beine aus der Öffnung zu ziehen und sich abzurollen Als es hinter ihr zu einer knisternden Entladung kam Es blieb keine Zeit, sich auszuruhen Sie sprang auf die Füße und sah sich um Sie befand sich auf einem Dach mit einer Vielzahl von Schornsteinen und Reihen von Oberlichtern Auf der Rückseite gab es eine Feuerleiter, die auf einen angrenzenden Schrottplatz führte Fast hätte sie vor Erleichterung gelacht, als ein helles Sirren sie zusammenfahren ließ Auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes schraubte sich eine Chaser-Drohne in die Höhe Ein runder Kopf mit zahlreichen Kameras, ein skelettartiger Rumpf mit einer Vielzahl von Armen und Greifern und zwei nach vorne gerichteten Waffen Das Sirren wurde schrill Der Kopf bewegte sich und die Linsen schienen sie anzustarren Oh Mist! Tyra schwang sich über den Gebäuderand, bekam die oberste Sprosse der Feuerleiter zu fassen und kletterte so schnell sie konnte Sie hatte gerade die Hälfte geschafft, als eine zweite Drohne um die Ecke bog und sie ins Visier nahm Nehmen Sie die Hände hoch und warten Sie auf das Eintreffen der Sicherheitskräfte Krächzte es aus den Lautsprechern Tyra hätte dem Ding am liebsten erklärt, dass sie auf einer Leiter schlecht die Hände hochnehmen konnte Aber das hätte die Blechbüchse wohl kaum verstanden Sie sah nach unten Dort stand ein Container, randvoll mit Verpackungsmaterial und Plastikfolien Ihr blieb keine Wahl Sie stieß sich ab und sprang Tyra traf den Container, schlug aber mit dem Ellbogen an den Rand Es war wie ein elektrischer Schlag, der ihr durch den Arm raste Der Schmerz trieb ihr die Tränen in die Augen, trotzdem blieb sie nicht liegen Sie kletterte aus dem Container und lief zwischen die gehäuften Berge aus Schrott Nun nahmen beide Chaser-Drohnen die Verfolgung auf Die eine kam über das Dach des Verwaltungsgebäudes geflogen Die andere überquerte den Stacheldrahtzaun, der das Gelände umgab Tyra wusste, dass es nutzlos war, sich irgendwo zu verstecken Die Wärmebildkameras der Drohnen hätten sie sofort ausfindig gemacht Sie kamen näher Tyra stolperte zwischen gestapelten Autowracks entlang, die einen Korridor bildeten An dessen Ende stand ein Kran mit einem großen Elektromagneten Ihre Flucht hatte ein vorläufiges Ziel gefunden Sie bekam Seitenstechen, weil sie zu schnell und zu flach atmete Als sie den Kran erreichte und die kleine Leiter zum Cockpit hochhastete, war sie schweißnaß und völlig außer Atem Sie riss die Tür auf und ließ sich auf den Sitz aus schwarzem Kunststoff fallen Die Chaser-Drohnen waren ihr auf den Fersen Eine folgte dem Korridor aus Autowracks, die andere umrundete gerade einen LKW, dessen Ladefläche mit Schrottwürfeln beladen war Tyras Blicke flogen über die Armaturen Um den Kran zu starten, musste sie einen Code in ein neunteiliges Zahlenfeld eingeben Auf vier Zahlen sah sie ölige Fingerabdrücke Eins, vier, sechs und neun Sie tippte die Tasten Nichts tat sich Die Chaser-Drohnen richteten ihre Scheinwerfer auf die Kanzel Sechs, vier, eins, neun Die Maschine blieb stumm Neun, eins, vier, sechs Nichts Eine Chaser-Drohne kam nun genau auf Tyra zu und schwebte in drei Fuß Abstand vor der Kanzel Obwohl Tyra wusste, dass es ihr keine Deckung bot, duckte sie sich hinter das Pult und tippte gleichzeitig die nächste Kombination Vier, neun, eins, sechs Der Motor sprang an Der Kran erwachte zum Leben Gelbe Warnlampen flackerten in gleichbleibendem Takt Tyra packte den Joystick und drückte den roten Knopf, um den Elektromagneten zu aktivieren Im gleichen Moment riss es die Drohne aus ihrer Position Mit einem lauten Dong knallte sie gegen den Magneten, als Tyra den Kran gleich in Richtung der zweiten Chaser-Drohne schwenkte Die schien die Gefahr zu registrieren und wollte ausweichen, aber der Elektromagnet war bereits zu nah und zu stark aufgeladen Wie ein Fischer mit seiner Angel sammelte Tyra die Drohne auf Ihre dürren Greifarme zappelten hilflos in der Luft Tyra entdeckte im Joystick ein Rädchen, mit dem sie die Intensität des Elektromagneten erhöhen konnte Sie zögerte nicht und drehte ihn auf Maximum Es war eine Genugtuung, die verdammten Dinger zappeln zu sehen, bis ihre Schaltkreise überlasteten Aus den metallenen Körpern sprühten Funken, Blitze zuckten und ihre Sensorlampen platzten Tyra sah nur einen Moment lang hin und genoss den Anblick, als sie zuckende Lichter am Eingang des Schrottplatzes bemerkte Black Guard Soldaten Sie sprang aus der Kanzel, rutschte die Leiter hinunter und lief hinüber zu dem LKW Die Tür war abgeschlossen, aber das war Tyra egal Mit einem rostigen Stück Eisen schlug sie die Seitenscheibe ein, öffnete die Tür und kletterte auf den Sitz Der LKW war ein älteres Modell Es verfügte weder über einen Daumenscanner noch über eine Tastenkombination Er wurde mit einer ordinären Chipkarte gestartet Für Tyra kein Problem Sie musste nur die Hauptschaltkreise kurz schließen und überbrücken Sie riss die Verkleidung ab und zog das Panel unter dem Lenkrad hervor Es war ein Gewirr aus Schaltern, Kabeln, Sensoren, Transistoren und Platinen mit Kontrollsoftware Tyra arbeitete fieberhaft und schnell Nicht einmal eine Minute später sprang der Motor an Triumphierend ballte sie die Faust und kam hoch Gleichzeitig landete etwas auf der breiten Motorhaube Es war die Frau mit den goldenen Augen Tyra erschrak und stieß einen kurzen Schrei aus Als die Faust ihrer Verfolgerin durch das Glas der Windschutzscheibe stieß und das Lenkrad packte Es war mehr ein Reflex als eine bewusste Aktion, der Tyra das Gaspedal durchtreten ließ Der LKW machte einen Satz nach vorne und rammte einen geparkten Gabelstapler Ihre Verfolgerin verlor das Lenkrad aus dem Griff Mit der anderen Hand war es ihr aber gelungen, ihre Drowner Special zu ziehen und auf das große Loch in der Windschutzscheibe zu zielen Tyra trat sofort auf die Bremse Die Frau rutschte aus, verlor die Waffe, konnte sich aber fangen Sie hing nun seitlich an der Motorhaube Tyra gab wieder Gas und lenkte auf einen Turm aus gestapelten Schrottautos zu Sie packte das Lenkrad fest mit beiden Händen, der Motor dröhnte Kalte Nachtluft strömte durch die geborstene Windschutzscheibe Tyra biss die Zähne zusammen, fixierte sich auf die gestapelten Autos Entweder würde ihre Verfolgerin loslassen oder zerquetscht werden Tyra war es egal Aber sie wurde überrascht Die Frau schwang sich zur Fahrertür und klammerte sich mit einer Hand daran fest Während sie mit der anderen nach dem Griff fasste Die Tür ging auf Tyra trat mit dem Fuß danach und verriss gleichzeitig das Lenkrad Der LKW donnerte haarscharf an den Schrottautos vorbei Tyra behielt den Fuß auf dem Gas Der LKW wurde immer schneller Zertrümmerte ein kleines Gerätehäuschen und durchbrach den Stacheldrahtzaun Jetzt zwischen Tür und Fahrerhäuschen hängend bekam die Frau Tyras Bein zu fassen und packte zu Tyra schrie Es war, als würden sich Klauen in ihr Fleisch bohren Der LKW schoss voran Vorbei an geparkten Autos, vorbei an den Blackguard-Soldaten Die in letzter Sekunde zur Seite sprangen Dann kam die Kaimauer Ihre Verfolgerin ließ Tyras Bein los Und versuchte ihr ins Gesicht zu schlagen Tyra riss den Kopf zur Seite Dann warf sie sich rücklinks auf die Sitze Ließ das Steuer los Der LKW raste weiter, auch wenn sie den Fuß vom Gas genommen hatte Die Augen ihrer Verfolgerin blitzten golden Aber ihre Mine blieb eine starre Maske Blitzschnell winkelte Tyra die Beine an Und stieß sie ihrer Verfolgerin mit aller Kraft gegen die Brust Die Frau taumelte Stürzte aus dem Führerhaus und überschlug sich auf dem Asphalt In diesem Moment krachte der LKW durch die Kaimauer und hob ab Die Vorderreifen platzten mit lautem Knall Der Motor drehte hoch, bevor der LKW mit der Schnauze voran Ins Meer stürzte Er sank wie ein Stein Das Wasser verschlückte ihn und Tyra Kapitel 9 Am nächsten Morgen wurde Mike Killen aus dem Krankenhaus entlassen Man hatte ihm weitere Schmerzmittel gespritzt, die ihn träge machten Vor seinem Krankenzimmer warteten zwei Cops Seine Eskorte, wie Brady sie angekündigt hatte Wir fliegen sie jetzt zu ihrem Apartment Ihnen bleibt eine halbe Stunde, um ein paar Sachen zu packen Danach bringen wir sie nach Brooklyn zum DSO Haben Sie das verstanden? Fragte einer der Beamten Killen war müde Die Stimme war zu laut und er wollte einfach nur seine Ruhe haben Na, verstanden Nuschelte er träge Und sie verließen das Krankenhaus Irgendwie kam ihm das alles wie ein seltsamer Traum vor Sein Kopf war wie in Watte gepackt Sätze, Gesten und Bilder erreichten seine Wahrnehmung erst Sekundenbruchteile später Was hatte man ihm da nur für ein Zeug gespritzt? Als sie sein Apartment erreichten, halfen ihm die Polizisten mit der Keycard, die Wohnungstür zu öffnen Beilen Sie sich, sagte einer der beiden Killen wankte ins Badezimmer Wasser, kalt Er hielt seinen Kopf unter den Wasserstrahl Kaltes Wasser war sein Allheilmittel für viele Dinge Sein Kopf wurde etwas klarer Guten Morgen, Mike Möchten Sie einen Kaffee? Nein, Sis, ich hole nur ein paar Sachen Sie verreisen? Sowas in der Art Wann werden Sie zurück sein? Er war ins Schlafzimmer gegangen und hatte eine Reisetasche vom Schrank geholt Nun hielt er inne Keine Ahnung Vermutlich nie mehr Ich werde Sie vermissen, Mike Das ist nett von dir Richtig auch Er warf ein paar Klamotten in die Tasche Wahllos einfach das, was ihm zuerst in die Hände fiel Wer wird Ihre Wohnung übernehmen? Er ließ die Schultern sinken Sis, ich weiß es nicht Und es ist mir auch egal Oh, ich verstehe Jetzt war sie wieder beleidigt Für eine künstliche Intelligenz war sie ganz schön zickig Auf dem Nachttisch stand ein Foto von Emilia und ihm Keine Ahnung, wann er es gemacht hatte Aber es hatte Emilia gut gefallen und er hat es rahmen lassen und ihr geschenkt Sie lagen sich in den Armen und lachten in die Kamera Sie hatte eine Haarsträhne mit der Oberlippe eingeklemmt, als hätte sie einen Schnurrbart Gott, als wäre es ein anderes Leben von anderen Menschen, dachte er Er nahm das Foto und steckte es in die Reisetasche Dann kehrte er ins Wohnzimmer zurück und sah sich um Ein letzter Blick Wobei er sich seltsam unbeteiligt fühlte Viele Dinge, die sich in ihrer Wohnung angesammelt hatten, waren ihm wichtig gewesen Jetzt war ihm egal, was daraus wurde Er wollte gehen Auf Wiedersehen Sis klang traurig und obwohl er wusste, dass sie kein Mensch war, war er sich manchmal nicht so sicher, was ihre Gefühle betraf Nicht umsonst stand das I in KI für Intelligenz Er fühlte sich nicht gut dabei, einfach zu gehen und sie zurückzulassen Sie war schon so etwas wie eine Freundin Es fühlte sich komisch an, so zu denken Er ging in die Küche und öffnete den Kasten von Sis' Servermodul Was machen Sie da, Mike? Ich nehme dich mit Er löste die Verschlüsse, die das handgroße Modul an die Elektrik der Wohnung koppelte Wohin denn? Nach Brooklyn Aber das ist illegal Willst du lieber hierbleiben? Sis antwortete schnell Nein, ich komme gerne mit Gut, dann schlaf erst ein bisschen Er schaltete sie ab Die Lichter in der Wohnung verloschen Killen verstaute das Sis-Modul in der Tasche, zog den Reißverschluss zu und trat auf den Flur hinaus Die Schmerzmittel begannen nun deutlich nachzulassen, was ihn humpeln ließ Gehen wir, ich bin hier fertig, sagte er zu den Beamten und schloss die Tür, ohne sich noch einmal umzusehen Das Police Air Sea hob ab und folgte dem West Shore Expressway, bevor es in Richtung Brooklyn abbog Schnell hatten sie Staten Island hinter sich gelassen Unter ihnen erhoben sich riesige Betonwände und Wellenbrecher mit Schleusentoren aus dem Meer Die die Upper Bay vor den immer wiederkehrenden Sturmfluten schützen sollten Mit mäßigem Erfolg Die südlichen Teile von Manhattan und Brooklyn wurden regelmäßig überschwemmt Hinter den Deichen aus bröckelndem Beton lagen die South Brooklyn Kai-Anlagen Halbfertige, von Rost zerfressene Schiffsrümpfe verrotteten in den Trockendocks Die Docks selbst verfielen Die Rezession hatte viel kaputt gemacht Kleinere Reedereien waren in dem gnadenlosen Preiskampf zugrunde gegangen Während jene, die damals schon groß waren, noch größer und noch mächtiger geworden waren Und die Handelsgewinne seitdem unter sich aufteilten Sie ließen die Ruinen der Werft hinter sich und überflogen tiefe Häuser schluchten Die Killen an Grüfte erinnerten Am Horizont stiegen dichte Rauchsäulen auf, die das Sonnenlicht in ein kränkliches Grau verwandelten Nirgendwo gab es etwas Grünes, nirgendwo Gewächshäuser oder Parks, wie er sie auf Staten Island kannte An seine frühen Kindheitsjahre hatte er so gut wie keine Erinnerung mehr Für ihn war das hier eine neue, fremde Welt Aber er fühlte sich nicht wie ein Entdecker oder Heimkehrer Nur wie ein Ausgestoßener Für einmal ungehorsam zahlte er jetzt einen ziemlich hohen Preis Sie flogen auf ein hohes Gebäude zu, das in der Nähe der Brooklyn Bridge lag An jeder der vier Ecken hockten große Raubvögel aus Eisen, an denen der Rost nagte Sie schienen Killen wütend anzustarren, während der Pilot eine Runde drehte und zum Landeanflug auf dem Dach ansetzte Mit leisem Surren der Hydraulikmotoren fuhren die Räder aus Ein helles Pfeifen ließ Bremsluft entweichen Ein paar Tauben flogen erschreckt davon Der Beton auf dem Landedeck war aufgeplatzt An manchen Stellen schimmerten die metallenen Träger rostrot hervor Von den Positionslichtern der Landebarken funktionierten nur noch ein paar wenige Es gab einen Hangar, der fast eine Hälfte des Daches einnahm Die Tore standen offen Killen konnte ein paar Mechaniker in Overalls ausmachen Die sich neugierig davor versammelten und ihnen bei der Landung zusahen Die Maschine setzte auf Der Pilot ließ die Turbinen weiterlaufen, während er über Funk eine Meldung machte Der andere Polizist öffnete Killen die Tür und ließ ihn aussteigen Willkommen in Brooklyn, sagte er Killen nickte schwach, während er sich umsah Trostlos und heruntergekommen waren die Attribute, die ihm als erstes einfielen Der Kopf drückte Killen die Reisetasche in die Hände Viel Glück, sagte er noch Dann wies er ihn mit einer Handbewegung an, ein paar Schritte zurückzutreten Das RC wirbelte Dreck auf, als es startete und langsam höher stieg Killen sah ihm nach, dabei schoss ihm ein bitterer Geschmack in den Mund Begleitet von der Erkenntnis, dass es wirklich kein Zurück mehr für ihn gab Nach einem tiefen Atemzug schulterte er seine Tasche und ging auf die Mechaniker am Hangar zu, die inzwischen wieder zu ihrer Arbeit zurückgekehrt waren Sie hatten einen QT-2 Hunter auseinandergenommen Der Motor lag offen und die Seitenverkleidung einer Turbine fehlte Kabel hingen heraus Diese plumpen Maschinen waren für Patrouillenflüge ebenso konzipiert wie für Transporteinsätze Killen war so ein Ding mal geflogen Die Flugeigenschaften waren lausig, kein Vergleich zu den Airties der neuen Generation Die alten Dinger hatten ihren wenig schmeichelhaften Spitznamen Fat Frog wirklich zurechtbekommen Eine blonde Frau im ölverschmierten Overall und ein Mann etwas größer als sie mit irokesen Schnitt und einer abgewetzten Lederjacke sahen Killen entgegen Die Frau war hübsch, hatte aber einen harten Zug um Augen und Mund Sie sagte etwas zu dem Mann, der sich gerade eine selbstgedrehte Zigarette in den Mund steckte Er grinste Morgen, sagte Killen und stellte die Tasche neben sich ab Ich soll mich hier bei Captain Kirkland melden Kommst du von Staten Island? bemerkte der Mann Killen sah an sich hinunter Sieht man mir das an? Statt zu antworten nickte sein Gegenüber nur grinsend Auf der Lederjacke stand sein Name, Don Bartusiak Sein Feuerzeug flammte auf und entzündete die Zigarette Der Qualm roch künstlich und nur entfernt nach Tabak Bist du irgendwo falsch abgebogen? Killen hatte jetzt keine Lust, sich von der Seite anmachen zu lassen Lass ihn, sagte die Frau und legte Bartusiak die Hand auf die Schulter Komm mit, ich bring dich zu ihm Mach du hier mal weiter, Don Sagte sie zu ihrem Partner und klopfte auf den Rumpf des Cutie Unter dessen Cockpitverglasung war ein schwarzer Panther gemalt Sieh auch mal nach der Gatling, irgendwo klemmt das Ding beim Munitionseinzug Ich bin gleich wieder da Die Frau streckte Killen die Hand entgegen Ich bin Cat, eigentlich Diana Aber so nennen mich nur mein Ex-Mann und meine Mutter Mike, Mike Killen Hier lang, Mike Sie führte ihn zu einem offenen Lastenaufzug Sie stiegen ein und Cat betätigte eine Taste Die Türen schlossen sich und der Aufzug ratterte los Hast du hier was zu erledigen oder was macht einer von der Insel hier? Das weiß ich selbst noch nicht so ganz genau Die Antwort schien sie nicht zufriedenzustellen Hast du was ausgefressen? Daher der Begleitschutz? Killen schnaufte Er hatte keine Lust darüber zu reden Der Lastenaufzug hielt an Die Türen glitten auf Na gut, Mr. Schweigsam Wie du willst Den Gang runter Sein Büro ist dann links Kannst du gar nicht verfehlen Nage Mit der Tasche in der Hand folgte Killen dem Gang dessen Boden aus ausgetretenen Kunststoffplattenbestand Die Büros der Detectives lagen hinter Milchglas Scheiben und Trennwänden aus Kunststoff Monitore flackerten Fahndungsfotos tauchten auf Verschwanden und wurden durch neue ersetzt Irgendwo gurgelte etwas, das wie ein verstopfter Abfluss klang In Wirklichkeit aber eine Kaffeemaschine war Jemand schlug mit der Faust darauf Scheiß Ding Ein Mann mit vernarbtem, kahlem Schädel blickte hinaus auf den Gang Die Arme, die er hinter dem Kopf verschränkte, schienen nur aus Muskeln zu bestehen Eine dicke, nassgekaute Zigarre, die nicht brannte, klemmte zwischen den Lippen Was ist denn das für einer? Dröhnte er mit Bassstimme Hey Pussy, hast dich wohl verlaufen? Hör auf, so einen Lärm zu machen, Buck Bear Rief ihn eine Frau zur Ordnung Der Kalköpfige blaffte etwas in einer Sprache zurück, die Killen nicht verstand Die er aber für schwedisch oder norwegisch hielt Er ignorierte den Mann, der nun aufstand, ihm auf den Flur folgte und ihm hinterherstarrte Killen ging auf ein Büro zu, auf dessen Tür in schwarzen Druckbuchstaben stand Department of Special Operations und darunter Captain Ryan Kirkland Das Büro war ein Glaskasten mit halb heruntergelassenen Jalousien auf der einen Und einem erleuchteten Schreibtisch auf der anderen Seite Dahinter saß ein Mann, den Killen auf Ende dreißig schätzte Das musste Kirkland sein Er trug das blonde Haar in der Mitte gescheitelt Ein Dreitagebart bedeckte Kinn- und Wangenknochen Den Schlips trug Kirkland locker um den Hals Er tippte etwas, der grünliche Schein eines Displays beleuchtete seine nachdenkliche Miene Eigentlich hatte Killen überhaupt keine Lust, mit ihm zu sprechen Aber was hatte er schon für eine Wahl Er stellte die Tasche auf den Boden und klopfte an Herein! Die Stimme klang warm, aber befehlsgewohnt Killen trat ein Kirkland nickte zur Begrüßung stumm und ohne aufzublicken Er tippte weiter Das gab Killen Zeit, sich ein wenig umzusehen Auf Kirklands Tisch standen einige gerahmte Bilder mit der Rückseite zu ihm Nur eines stand so, dass er darauf zwei lachende Kinder mit asiatischen Zügen erkennen konnte An den Wänden hingen ebenfalls Fotos Kirkland war darauf zu sehen Beim Schießen mit Kollegen in der Uniform der Border-Army auf einem Hoverpanzer In einer Ecke stand eine künstliche Palme, die dringend abgestaubt werden musste An einem Kleiderhaken hing ein langer, brauner Ledermantel Endlich war Kirkland fertig Er sah auf und lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück Ja? Fragte er und blickte Killen skeptisch an Ich bin Mike Killen Ja, Captain Brady sagte mir, dass sie kommen würden Kirkland strich sich über das Kinn Er sagte, sie wären ein guter Mann, der ein bisschen von der Bahn abgekommen ist Ich kann gute Männer immer brauchen, aber sie müssen Einsatz zeigen Killen zögerte mit einer Antwort Wenn sie aber lieber gehen wollen, dann gehen sie Oder sie setzen sich jetzt hin, ist mir egal Ihre Entscheidung Ohne ein Wort nahm Killen am Schreibtisch Platz Ich weiß, weswegen sie bei der Flying Patrol rausgeflogen sind Brady hat mir den Bericht geschickt Sie haben also einen Transporter der Blackguard gerammt Der Gedanke schien Kirkland zu amüsieren Und ein Büro verwüstet, fügte Killen hinzu Und Befehle missachtet Ich hab die Kontrolle verloren Das darf Ihnen hier nicht passieren Sonst überleben Sie in New York nicht lange Und schlimmer noch Sie riskieren das Leben Ihrer Kollegen Nicht, dass Sie mich falsch verstehen Ich schätze Engagement und Einsatzwillen Das macht einen guten Kopf aus Aber blinder Aktionismus schadet nur Ihnen und meiner Abteilung Er stand auf Kaffee? Nein, danke Kirkland trank den letzten Rest aus seinem Becher Bevor er sich aus seiner Kanne nachschenkte Was hat sie aus der Bahn geworfen? Killen wollte nicht über Emilia reden Kirkland war ein Fremder Es ging ihm nichts an Sie wollen's für sich behalten Das ist in Ordnung Kirkland stellte seinen Becher weg Captain Brady glaubt Sie können mir nützlich sein Ich traue seinem Urteil Aber das hier ist New York Nicht Staten Island Hier geht es etwas anders zu Können Sie schießen? Sie haben doch meine Akte gelesen Sicher, aber nicht alles Also? Meine Trefferquote liegt bei 97% Nicht schlecht Haben Sie auch schon mal auf einen Menschen geschossen? Nur mit Gummi geschossen und Schockblockern Und das auch nicht sehr oft Würden Sie einen Menschen auch erschießen, wenn es die Situation erfordert? Die Frage war nicht ganz unbegründet Die Wahrheit war, er hatte keine Ahnung Ich weiß es nicht, Sir Wenn Sie hier überleben wollen, müssen Sie es tun Früher oder später Diese Stadt ist eine Bestie, die Sie auffrisst, wenn Sie sich nicht zur Wehr setzen können Ich komm schon klar Kirkland lächelte matt Was wissen Sie über Manhattan oder Brooklyn? Nicht viel, ehrlich gesagt Eigentlich nur das, was in den Nachrichten kommt Die Flying Patrol ist nur Einsätze in Staten Island geflogen Sie waren also in Ihrem ganzen Leben nie in New York? Als Kind schon, bevor wir umgezogen sind und danach Zwei, dreimal vielleicht Dann hat mir Brady einen Rookie geschickt? Das kränkte Kellen Ich bin schon neun Jahre Polizist und sechs davon fliege ich Air Seas Und ich bin ein sehr guter Pilot Gute Piloten habe ich schon Ich brauche Beamte, die auf die Straße gehen und im Dreck wühlen können Kirkland zeigte zur Tür hinaus Da draußen herrscht Krieg Die Kriminalitätsrate liegt bei 80 Prozent Mord ist an der Tagesordnung Wir kratzen nur an der Spitze des Eisbergs Wir haben ziemlich viele Illegale in der Stadt Die meisten aus den Weststaaten Die haben keine Bleibe, keine Arbeit, keine Perspektive Also auch keine Hoffnung In manchen Gegenden bringen sich die Leute für einen Nährstoffriegel um Kirkland seufzte Die Stadt wird Sie fertig machen, wenn Sie nicht aufpassen Egal, was Sie in Staten Island gemacht haben Das zählt hier gar nichts mehr Wollen Sie mir Angst machen? Nein Ich sage nur, wie es ist Er nippte an seinem Becher Kaffee und stellte ihn dann hinter sich auf den Schreibtisch Nicht, dass Sie mich falsch verstehen Ich kann neue Leute immer brauchen Die Polizei hat nicht den besten Ruf Freiwillige laufen uns also nicht gerade die Tür ein Ich würde es mit Ihnen versuchen, wenn Sie wollen Er strickte Killen die Hand entgegen Der zögerte Also, was sagen Sie? Ich bin mein ganzes Leben lang schon Polizist Ich kann nichts anderes Widerwillig ergriff Killen die Hand und schüttelte sie Sehr gut Willkommen bei DSO, Detective Killen stutzte In Staten Island war ich aber Sergeant Stimmt In Staten Island Hier sind Sie erstmal nur Detective Kirkland betätigte einen Schalter auf dem Schreibtisch Cole, haben Sie einen Moment Zeit? Sicher, Sir Krächzte es aus dem reparaturbedürftigen Lautsprecher Kurz darauf klopfte es und ein schwarzhaariger Mann mit einem künstlichen rechten Arm betrat das Büro Er trug einen schweren Blopperguard-Revolver im Schulterholz da Eine Waffe, mit der man durch Betonwände schießen konnte Dazu ein weißes Hemd und eine Nadelstreifenweste Die Krawatte mit einem wütenden Duffy Duck hing lose gebunden um seinen Hals Er stürzte sich auf einen Stock, als er hereinkam Boss Mit ausgestreckter Hand deutete Kirkland auf Killen Das ist Mike Killen Er wurde uns vom Staten Island Police Department überstellt Cole nickte ihm zu und Killen schüttelte die mechanische Hand Sie fühlte sich warm und gar nicht so künstlich an, wie er angenommen hatte Cole, Scott, ich schmeiß den Laden hier sagte der Mann augenzwinkernd, bevor er sich an seinen Boss wandte Was kann ich denn für Sie tun, Sir? Sie können Detective Killen erklären, wie die Dinge bei uns laufen und bringen Sie ihn irgendwo unter Mit Vergnügen Na dann, komm mal mit, Mike Moment noch, sagte Kirkland Sie fangen heute Abend um neun an, Killen Nachdienst Reden Sie mit Sergeant Caprizo Ausweis und Waffe kriegen Sie bei Dienstantritt Das war's Mit einer Handbewegung komplementierte er die beiden Beamten zur Tür hinaus Cole führte Killen in das Großraumbüro, in dem drei weitere Beamte vor ihren Monitoren saßen Die restlichen Schreibtische waren verwaist Der kahlköpfige Typ mit der nassgekauten Zigarre drehte sich ihnen zu Sein Hals war genauso breit wie sein Kopf Das T-Shirt war ihm viel zu eng Hey, da ist die Pussy ja wieder sagte er und grinste herausfordernd Killen ließ sich nicht einschüchtern Wenn er jetzt nicht konterte, wäre er von Anfang an der Punching Ball für dieses Großmaul Ich kenn dich nicht und ich weiß auch nicht, was ich dir getan habe Aber eins kann ich dir sagen Leck mich doch, du Großmaul Das Grinsen wurde eisig Dann rammte der Riese seine Faust auf den Tisch Wie hast du mich genannt, du kleiner Wichser? Das ist Tore, Halskiad Wir nennen ihn nur Bugbear sagte Cole in ruhigem Ton Manchmal lassen wir ihn raus dann darf er im Park mit den anderen Hunden spielen Für einen Moment ließ Bugbear Killen aus den Augen, um sich Cole zuzuwenden Kannst froh sein, dass du eine Kugel abgekriegt hast Sonst würde ich dir jetzt eine aufs Maul geben Bugbear, wenn du die Schnauze aufmachst, kommt wirklich nur Scheiße raus Der Riese sprang von seinem Stuhl hoch Eine zierliche junge Frau stellte sich dazwischen Hört jetzt auf zu streiten, Kinder, sagte sie Das schneeweiß gefärbte Haar trug sie kurz Ihre Beine steckten in einer hautengen, grellroten Latexhose Dazu trug sie ein ausgeblichenes Muskelshirt mit dem Umriss der Freiheitsstatue Darunter stand in altmodischen Buchstaben Kiss my freedom ass Arme, Halsansatz und Finger waren tätowiert An einer Halskette baumelte die goldene Marke des DSO Irgendwie schaffte sie es, dass sich Bugbear widersetzte Das ist Mike Killen, er kommt vom SIPD Mike, darf ich vorstellen? Sergeant Caprizo, sagte Cole Sie lächelte ironisch Wie schön, ein Kuschelbulle Es gab viele wenig schmeichelhafte Bezeichnungen für die Staten Island Police Aber Kuschelbulle war neu und klang wenigstens nett, dachte Killen Du kannst mich Liberty nennen, sagte sie und musterte ihn aufmerksam Nimm es Buggy nicht übel, er ist ein guter Kerl Nur sein Sinn für Humor ist gewöhnungsbedürftig Cole machte ein abschätziges Geräusch, was deutlich machte Dass er gewöhnungsbedürftig wohl nicht für die treffendste Bezeichnung hielt Der Käpt'n hat mich für den Nachtdienst eingeteilt Ich soll mit Ihnen darüber sprechen Echt? Bin gespannt Ich hoffe, du hast was drauf und lass das mit der Siezerei Ich steh nicht so auf Förmlichkeiten Alles klar Die Nachtschicht wird dir gefallen, da ist immer was los Killen war sich da nicht so sicher, aber er nickte Wo treffen wir uns? Fragte er Statt zu antworten hielt Liberty ihre Comwatch neben seiner Und sie synchronisierten sich Ich ruf dich an und du sagst mir, wo du bist Ich hol dich dann ab, ganz einfach Sie zwinkerte ihm zu Dann kehrte sie an ihren Schreibtisch zurück Die ist immer so, flüsterte Cole Brauchst dir jetzt gar nichts einzubilden Der dritte Beamte, der noch im Büro saß, sah gar nicht erst auf Und kam auch nicht zu ihnen, als Cole ihn vorstellte Das ist Sergeant Deweco Er redet nicht viel und hat nur drei Stimmungen Schlecht drauf, ganz schlecht drauf und furchtbar schlecht drauf Heute ist seine Laune eher so in der Mitte Es ist besser, wir lassen ihn in Ruhe Sie verließen das Büro und gingen zum Personenaufzug Man hat dich angeschossen? Fragte Killen, nachdem sie in die Kabine gestiegen waren Ja, hab eine in die Hüfte gekriegt War so eine kleine Ratte, die auf mich geschossen hat Wir hatten ein Labor hochgenommen, in dem sie Mally Jelly gekocht haben Hab einen Moment nicht aufgepasst Zack, war knapp unter der Weste, ein bisschen höher und ich hätte nur einen blauen Fleck gehabt Aber nein, er ließ die Schultern fallen Deswegen gehe ich am Stock, schiebe Innendienst und mach für dich den Reisebegleiter Warum humpelst du denn immer noch? Haben die keine Nanos bei dir eingesetzt? Doch, doch, aber nur die für den Notfall Wenn die nicht gewesen wären, wäre ich wohl verblutet Danach hieß es dann körpereigene Genesung Alles andere ist zu teuer Mhm C'est la vie, so läuft das hier eben Wenigstens habe ich den Kerl auch erwischt Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung Die Türen klapperten Cole tätschelte den Revolver Das Baby hat ihm ganz schön eins verpasst Kannst du mir was über New York erzählen? Pah, da könnte ich dich eine Woche vollquasseln Was willst du denn wissen? Na, wie das hier so funktioniert Weißt du überhaupt irgendwas über die Stadt? Wenn ich ehrlich bin, nein Dafür habe ich mich nie interessiert Cole verdrehte die Augen Du bist wirklich einer aus Staten Island Sowas von ignorant Killen widersprach nicht Denn Cole hatte ja recht Für ihn waren Nachrichten über New York nichts weiter als Randnotizen gewesen Erzählst du mir nun was oder nicht? Da du jetzt zu uns gehörst Wo soll ich anfangen? Egal, irgendwo Hier findest du alles Hart arbeitende Menschen, die sich irgendwie durchschlagen Aber genauso den Bodensatz 22 Millionen Menschen leben hier Die kommen von überall her und hoffen hier irgendwie ihr Glück zu machen Aber die Zeiten sind schon lange vorbei Ich sage immer, der American Dream Hier ist er gestorben Er deutete mit der Hand die Straße hinab Das Police Department hat Sicherheitszonen eingerichtet, die man nur mit Genehmigung passieren darf Wir sind hier in Sektor B Cole deutete mit dem Daumen hinter sich Nördlich der 87. Quer durch den Central Park und rüber zur 96. Gibt es die Mauer Schwer bewacht und nur durch ein paar Tore passierbar Dahinter liegen Harlem, die Bronx und Queens Die Gegend ist völlig runter Da leben die ganzen Immigranten und Unerwünschten Für die geht es wirklich nicht mehr weiter runter Und da gibt es mehr Gangs, als ich Haare auf dem Kopf habe Die Polizei geht aber schon rein Nicht, wenn es sich vermeiden lässt Und wenn es dann doch mal sein muss, dann planen wir das wie eine militärische Operation Weder wir noch die Streifenhörnchen fliegender Patrouille Streifenhörnchen? Killen musste schmunzeln und Cole grinste breit Die Jungs vom NYPD, die sind tough Wenn es mal heikel wird, arbeiten wir mit denen zusammen Der Aufzug erreichte das Erdgeschoss und die Türen öffneten sich Sie betraten die Lobby Es gab vier Aufzüge Zwei davon funktionierten nicht, wie ein gelbes Absperrband signalisierte Zwischen den Aufzügen stand ein Empfangstresen, der von einem Kasten aus kugelsicherem Glas geschützt wurde Der wachhabende Offizier grüßte Cole Zwei Posten in schusssicheren Westen flankierten den Eingang, den man nur durch eine Röntgenschleuse betreten konnte Überwachungskameras an der Decke drehten sich mit leisem Surren Killen und Cole traten auf den Gehsteig hinaus In der Luft lag der Geruch von salzigem Meerwasser, aber auch von Abfällen und Benzin Eine Straßenecke weiter quollen die Mülltonnen über Daneben stapelten sich Müllsäcke Ein paar davon waren aufgerissen und der Inhalt aus Plastikverpackungen, leeren Energydrinkdosen und anderem Zeug wehte über die Straße Daneben lag jemand schlafend in einem Hauseingang Tagesflicht fiel kaum in die tiefen Straßenschluchten Die riesigen Wolkenkratzer schluckten jede Helligkeit Selbst tagsüber waren die Neonlichter der Straßenlaternen angeschaltet Ein paar flackerten, andere funktionierten nicht Ein unablässiger Strom von Autos und Hovertaxis, die nur zäh vorwärts kamen, füllte die Straßen Die Fahrer hupten und schimpften Die wenigen Airseas, die hier flogen, hatten darunter nicht zu leiden Nur wenige außer den Behörden konnten sie sich leisten und zogen damit den Unmut derer auf sich, die sich Tag für Tag durch New Yorks Straßen quälten Weiter vorne stieg Dampf aus einem geborstenen Rohr in der Straßenmitte und eine Fahrbahn war gesperrt Allerdings arbeiteten auf der Baustelle lediglich die blinkenden Warnbaken Killen blieb stehen und musste durchatmen Alles okay mit dir? fragte Cole Ja, ja, schon Das hier haut einen nur ganz schön um Sicher ein ziemlicher Kulturschock für dich Oh ja, sieht es denn in ganz New York so aus wie hier? Killen war entsetzt Graffitis, Verwahrlosung, Schmutz, Dreck, Bauruinen und Autowracks Das alles gab es auf Staten Island nicht Cole setzte wieder sein breites Grinsen auf Nein, nicht überall, in einigen Teilen ist es schlimmer Er stieß Killen gegen die Schulter Jetzt mach nicht so ein Gesicht, ich verarsch dich nur Die South Side von Manhattan ist ganz in Ordnung Da gibt es sogar einen Zoo, seitdem sie ihn aus der Bronx in die Battery verlegt haben Killen blies die Backen auf Dann schüttelte er sich Sag mal, wo gehen wir eigentlich hin? fragte er Cole deutete die Straße hinunter Da hinten gibt's ein kleines Hotel Ist zwar nicht gerade das Hilton, aber du hast einen trockenen Platz, an dem du pennen kannst Habt ihr keine Dienstwohnung? Cole sah Killen an, als wären ihm gerade Flügel gewachsen Dann lachte er laut Sorry, Prinzessin, entweder das oder die Straße Aber wenigstens musst du dafür nichts zahlen Das übernimmt die Stadt Noch Genieß es also Wie ist denn die Bezahlung so? 2000 Dollar für einen Detective 25 für einen Sergeant Nicht gerade üppig, aber es reicht Hab gehört, die Pensionszahlung soll ganz ordentlich sein, aber ich kenne keinen, der sie je in Anspruch genommen hat In dem Job wirst du selten alt Bei der nächsten Kreuzung bogen sie links ab, dann wieder rechts, bevor sie die Straße überquerten Love Lane stand auf einem Straßenschild Hier war der Verkehr weniger dicht, dafür waren Straße und Häuser schmutziger Auf dem Bürgersteig stand ein auf Ziegelsteine gestelltes ausgeschlachtetes Autowrack Die Hauswände waren mit Graffitis verschmiert Die Häuser waren alt, ein Teil baufällig In manchen gähnten schwarze Löcher, wo Fenster hätten sein sollen In anderen flatterten gespannte Plastikplanen und wieder andere waren zugemauert oder vernagelt worden In den schmalen Seitenstraßen hingen rostige Feuertreppen an den Fassaden Liberty steht auf dich, sagte Cole, während sie weiterging Kein Interesse Oh, du armer Unwissender, glaub mir, sie kriegt immer, was sie will Sie hat dich schon markiert Markiert? Fang des Tages Ich will keine Beziehung Wer redet denn von Beziehung? Killen winkte ab Ich treib's auch nicht mit ihr Sie ist eine Vorgesetzte Wenn ich es mir mit ihr verscherze, gibt es nur Ärger Cole sagte nichts, aber Sein Grinsen, sagte alles Sie kam an einem indischen Lebensmittelladen vorbei Einem der letzten verbliebenen Geschäfte in der Straße Die haben hier richtigen Reis, sagte Cole im Vorübergehen Nicht diese nachgemachte chemische Scheiße Bei dem Besitzer habe ich ein Stein im Brett Hab ihm mal einen durchgeknallten Mudhead vom Hals geschafft Der Kunden als Geiseln genommen hatte Killen kannte den Begriff, wenn er in Staten Island auch kaum benutzt wurde Mudheads waren Drogensüchtige, die sich Mally Jelly spritzten oder Black Dust schnupften Der Typ ist total ausgeklingt und wollte den Leuten die Köpfe abschneiden mit einem Küchenmesser Kannst du dir das vorstellen? Dieser Arsch hat sich echt für Superman gehalten Ich musste ihm acht Kugeln verpassen, bis er endlich umgefallen ist Danach habe ich mir die hier gekauft Er tippte auf den Blubberguard Sag mal, dein Kollege Tore Halskiat, ja, der ist schon eine Nummer Wir nennen ihn Buckbear Hat er auch sowas genommen? Cole grinste Könnte man glauben, was? Ganz ehrlich, ausschließen würde ich das nicht Er ist ein richtiger Psycho Ich sag immer, dem sind zu viele Granaten auf den Kopf gefallen Aber Paps hält große Stücke auf ihn Die kennen sich wohl von früher, aber keiner weiß, was genau ist Wer ist denn Paps? Captain Kirkland Den Spitznamen hatte er schon seit ner Ewigkeit Der ist echt okay Und seit wann bist du dabei, Cole? Seit ungefähr fünf Jahren Und was hast du vorher gemacht? Ich war bei der Border Police, unten bei Tijuana War ein Scheißjob An der Grenze hat es immer wieder gekracht Dann waren da die Separatisten, die nicht kapieren wollten, dass sie den Krieg verloren hatten Und Mexiko zu Amerika gehört Er zog den Ärmel zurück und zeigte seinen künstlichen Arm Den hab ich denen zu verdanken Bin mit meinem Jeep auf eine verdammte Mine gefahren Wäre fast krepiert Hab in alle Richtungen geblutet Und dann? Gott, du fragst einem ganz schöne Löcher in den Bauch Erzähl ich dir alles später mal Wir sind da Sie näherten sich einer roten Neon-Reklame Gary's Lodge blinkte über dem Eingang, der aus einer verbeulten Baustellentür bestand Links war ein Stück der Wand eingebrochen und man hatte Metallstreben eingezogen, um zu verhindern, dass die gesamte Front nachstürzte Vor einem herausgebrochenen Fenster hingen schwere Plastikplanen, auf denen Ruben Building Company stand Was ist denn hier passiert? Wollte Killen wissen Das war auch so ein Mudhead Verwechselte das Hotel mit einem Drive-In-Schalter Seine Karre stand bis zur Mitte in der Lobby Hat er nicht überlebt Seine eigene Windschutzscheibe hat ihn einen Kopf kürzer gemacht Cole öffnete die Tür und ließ Killen den Vortritt Es roch nach Staub, der mit jedem Schritt vom Teppich aufgewirbelt wurde Auf der linken Seite gab es eine kleine Sitzecke, in der aber schon lange niemand mehr Platz genommen hatte Wenn man sich die Staubschicht und die Ziegelbrocken ansah, die auf den Polstern lagen Sie traten an den Tresen, an dem eine alte Reklame für eine Transvestiten-Revue hing Cole klopfte auf die Theke Bedienung! Ein Mann schlurfte aus dem angrenzenden Kabuff, aus dem leiernde Beach-Musik kam Er trug lange blonde Locken, die am Haaransatz Schütter wurden Und ein offenes, gepunktetes Hemd in grellem Rot, Grün und Gelb Das Killen allein schon für Körperverletzungen hielt, aber von dem quietschblauen T-Shirt darunter noch übertroffen wurde Auf seinem Unterarm hatte er eine nackte Surferbraut tätowiert »Hi, willkommen in Garry's Lodge«, nuschelte Gary Seine Augen waren halb geschlossen und schienen die Gäste gar nicht wahrzunehmen »Wir freuen uns, Sie in New York begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt haben werden« »Wieder mal Dizzy Gary?«, fragte Cole Jetzt schien auch Gary's Verstand aufzuwachen, denn sofort riss er die Augen auf und grinste dabei wie ein Honigkuchenpferd »Oh, du bist es, Cole!« »Nein, scheiße verdammt, alles cool, Mann!« »Ich hab grad nur ein bisschen am Strand gelegen und gechillt« »Am Strand?« Cole und Killen reckten die Köpfe und sahen über die Theke in das dahinterliegende Kabuff Da stand ein Liegestuhl und ein Ventilator rotierte Gary wurde richtig lebendig »Das ist der Hammer! Das ist ein neues Programm, das ich mir gekauft habe Du ziehst die VR-Glasses auf und bist gleich am Strand mit Wellen, Wolken und geilen Weibern »Eist Titty Beach!« Er grinste dämlich und geil »Wahnsinns Grafik! Wenn du nah rangehst, siehst du sogar die Schweißtropfen!« »Mit nem Update werden die Bikinis sogar durchsichtig und die Mädels reagieren darauf, was du sagst und die sollen immer scharf auf einen sein, ist aber teuer« »Hundert Jahre Virtual-Reality-Forschung, nur damit du dir einen runterholen kannst« Cole ließ in gespielter Erschütterung den Kopf sinken »Du brauchst unbedingt eine richtige Frau, Junge« »Pah! Das sagt mir ausgerechnet Mr. Single himself« Cole winkte ab »Das ist Mike Killen. Er arbeitet ab jetzt für uns. Hast du ein Zimmer für ihn?« »Klar. Zimmer 36 ist noch frei, sonst sind wir ganz schön voll.« »Rechnung ans Department, wie immer?« Cole nickte »Cool« Gary schob eine rote Keycard über den Tresen »Hier ist was Feines. Sechster Stock, freier Blick auf die Werbetafel gegenüber. Und das TV-Panel funktioniert auch.« »Die Klimaanlage, Sortenbäschen.« »Ich nehme es«, sagte Killen, als hätte er eine Wahl. Cole klopfte ihm auf die Schulter. »Ich muss wieder los.« »Danke für deine Hilfe. Ist doch klar.« Der Aufzug funktionierte nicht. Killen musste bis in den sechsten Stock laufen. Er war außer Atem, als er seine Etage erreichte.« Hier sah es nur unwesentlich besser als in der Lobby aus. Die Tapete war verblasst, der rote Teppich war dünn, und an manchen Stellen konnte man den nackten Boden sehen. Drei kleine Wandlampen mit Schirmchen aus Pergament gaben dem Ganzen den Anschein eines alten, verwahrlosten Herrenhauses. Es gab sechs Zimmer. Seines war das dritte auf der rechten Seite am Ende des Korridors. Killen benutzte die Keycard und trat ein. Ihn empfing ein unangenehmer Geruch. Eine Mischung aus kaltem Rauch von Mentholzigaretten, abgestandener Luft und staubigem Teppich. »Klasse«, murrte er, warf die Tür hinter sich zu und die Keycard auf den Plastiktisch. Ein Doppelbett stand vor dem einzigen Fenster, durch das das grelle Licht einer Reklametafel in das Zimmer fiel. Eine lachende Frau nippte an einer Dose mit irgendeinem Powerdrank. Killen sah nur einen Augenblick lang hin, ehe er sich neben seine Tasche auf das Bett fallen ließ. Auf dem Rücken liegend, starrte er an die Decke. Da gab es einen einzelnen Sohlenabdruck. Bevor er sich fragen konnte, wie der da hingekommen war, summte seine Comwatch. Er betätigte die Annahmetaste. Libertys Gesicht erschien als Hologramm. »Hey, Sweetie, wo steckst du?« »Sie verliert wirklich keine Zeit«, dachte Killen. »Gary's Lodge.« »Kenn ich, ich bin um halb neun bei dir.« »Ich«, sie beendete das Gespräch, bevor Killen auch nur Luft holen konnte, um zu antworten. Er raffte sich auf und versuchte, das Fenster zu öffnen. Es klemmte und gab selbst mit Gewalt nicht nach. Also schaltete er die Klimaanlage an, die nicht nur ein bisschen summte, wie Gary behauptet hatte, nein, sie brummte und rasselte, als würde sie jeden Augenblick das Zeitliche segnen. »Was für eine Scheiße«, er öffnete seine Tasche. Zuerst fiel ihm das gemeinsame Foto mit Emilia in die Hand, und ihm wurde schmerzhaft bewusst, dass das nun alles war, was ihm von ihr geblieben war. Fotos und verblassene Erinnerungen. Er konnte nicht einmal mehr ihr Grab besuchen. Er schluckte, hielt das Foto fest und betrachtete es, als könne er darin versinken und die Zeit zurückdrehen. Kapitel 10 Tyra hatte Hunger, Durst und seit einer gefühlten Ewigkeit kein Auge mehr zugetan. Alles tat ihr weh. Ihr war kalt, sie hatte Abschürfungen und Prellungen, aber sie war der Blackguard entkommen, zumindest vorerst. Allerdings wusste sie nicht, wo sie war. Das computergesteuerte Müllschiff, in dem sie sich versteckt hatte, war unter einer zerstörten Brücke hindurchgefahren und hatte dann an einer künstlichen Insel im Hudson angelegt. Bevor die Greifarme kamen, um den Müll auszuladen, war Tyra ans Ufer geschwommen. Sie musste sich irgendwo nördlich der Mauer befinden. Aber wo genau? Bronx vielleicht? Ihre Comwatch hätte es ihr verraten können, aber sie hatte sie bei ihrer Befreiung aus dem sinkenden LKW verloren. Die Straße, auf der sie ging, lag im Dunkeln, und für einen Moloch wie New York war es beängstigend still. Als würde die Stadt die Luft anhalten, dachte Tyra. Die Gegend schien menschenleer zu sein, doch sie war es bestimmt nicht. Tyra war davon überzeugt, beobachtet zu werden. Ein Gefühl, das sie schneller gehen ließ. Es regnete in Strömen, und wäre sie nicht schon von ihrer Taucheinlage völlig durchnässt gewesen, so hätte es jetzt nicht lange gedauert. Die Häuser links und rechts der Straße waren ausgebrannte Ruinen. Gerippe aus Beton und Backsteinen, mit leeren Fenstern und schwarzen Durchgängen, vor denen durchlöcherte und verbeulte Autowracks standen. Überall lagen Steine und umgerissene Absperrgitter. An der nächsten Straßenecke lag ein abgestürztes Police-RC, von dem nur noch das nackte Chassis übrig war. Tyra ging weiter und erreichte eine U-Bahn-Station. Harlem, 125. Straße, stand auf einem Schild. Von unten beleuchtete Feuerschein die gekachelten Wände. Woher er genau kam, konnte sie nicht sehen, aber Tyra blieb stehen und blickte sehnsüchtig auf das gelbe Licht, das angenehme Wärme versprach. Ihre Zähne klapperten, so kalt war ihr. Wenn sie sich nur etwas aufwärmen könnte, nur ein paar Minuten. Andererseits zögerte sie. Feuer bedeutete Menschen, die sie sehen und erkennen könnten. Einen Moment blieb sie noch unentschlossen stehen, dann aber gab sie dem Drang nach Wärme und der Hoffnung, etwas Essen ergattern zu können, nach und stieg die Stufen hinunter. Die Rolltreppen funktionierten schon lange nicht mehr. Die Wände waren voller Verblaster-Graffitis. Totenköpfe und hingeschmierte Signaturen, über die der Feuerschein strich. Am Boden klebten die Fetzen von abgerissenen Werbepostern. Eine Lampe hing nur noch an ein paar Kabeln gehalten von der Decke herab. Das Glas war zerbrochen. Die Neonröhren hatte jemand geklaut. Tyra duckte sich darunter hinweg. Dabei bewegte sie sich vorsichtig und achtete darauf, wohin sie trat. Am Fuß der Treppe blieb sie stehen und spähte um die Ecke. Der Gang verzweigte sich an seinem Ende, und Tyra erkannte zwei farbige Männer, die an einer brennenden Tonne standen. Sie wärmten sich und brieten etwas an einem Spieß, das aus der Ferne wie eine Katze aussah. Auf dem Boden lagen drei vor Dreck starrende Schlafsäcke. Die beiden Männer sahen nicht besser aus. Ihre Kleidung war abgenutzt, ebenso dreckig und durchgescheuert. Von oben kam jemand die Treppen hinunter. Tyra erschrak und wirbelte herum. Ein Mann war auf halbem Weg stehen geblieben und starrte sie an. Dabei wirkte er ebenso erschrocken wie sie. Er war alt. Wie alt, konnte Tyra nicht sagen, aber sein krauses Haar war bereits ergraut und seine dunkle Haut durchzogen von tiefen Falten. »Hey!« Der Mann fand seine Stimme zuerst wieder, die zu Tyras Überraschung angenehm klang. »Du bist ja ganz nass«, sagte er und kam einen Schritt auf sie zu. Tyra wich zurück. »Hey!« »Alles gut«, der Mann hob die Hände. »Ich tu dir nichts«. Er ging an ihr vorbei, blieb dann wieder stehen und sah sie prüfend an. »Hast dich verlaufen, was?« Tyra nickte. »Komm doch mit ans Feuer, wärm dich ein bisschen auf.« Tyra blieb stehen. Der Mann lächelte. »Kannst es dir ja überlegen.« Dann ging er zu seinen Freunden, die ihn mit Handschlag begrüßten. Sie unterhielten sich leise, ehe sie ihre Gesichter Tyra zuwandten. Plötzlich kam Tyra sich blöd vor, einfach so dazustehen und Löcher in die Gegend zu starren und ging zu ihnen. Die Männer machten ihr Platz. Sie streckte die Hände dem Feuer entgegen und spürte die angenehme Wärme. »Ich bin Sokrates«, sagte der, der sie aufgelesen hatte. »Und das sind Goomer und Cedric.« Tyra nickte in die Runde und lächelte schwach. »Hast du auch einen Namen?«, fragte Goomer mit heiserer Stimme und musterte sie aus gelbverfärbten Augen. »Jade«, sagte sie schnell und benutzte damit ihren Codenamen. »Schöner Name«, sagte nun Cedric abwesend, der den Kopf zwischen den Schultern hängen ließ und in die Flammen starrte. »Was macht denn ein weißes Mädchen wie du in unserer Gegend? Brauchst du Zeug oder sowas?« Goomer fuhr sich mit dem Ärmel über die Nase. Tyra ahnte, was er mit Zeug meinte. »Nein, aber ich habe Durst und Hunger.« »Du kannst was von unserer Katze abhaben.« Also hatte sie richtig vermutet. Sie wurde blass und schüttelte heftig den Kopf. »Wenn man Hunger hat, ist Katze echt ne Delikatesse«, sagte Goomer ungerührt und schneizte mit der Zunge. »Das wissen auch andere. So was Leckeres findet man nicht mehr oft hier.« »Lass mal«, Sokratus kramte in seinem Rucksack. »Ich habe was anderes.« Er zog eine Packung Kekse heraus. Eigentum der United States Army, Notration, stand auf der blassgrünen Verpackung. Tyra kannte diese Kekse. Im Untergrund hatte es manchmal wochenlang nichts anderes gegeben. Sie waren hart, schmeckten nach nichts und steckten voller Chemie. Aber ein Keks machte für zwei Tage satt. Sokratus gab ihr zwei und verteilte dann die restlichen an sich und die anderen. »Bist du ein Flüchtling?« Sokratus knabberte an seinem Keks. Tyra nickte. »Ja, sowas in der Art.« »Du redest da wohl nicht so gern drüber.« Tyra wich der Frage aus, indem sie eine Gegenfrage stellte. »Ich habe mich ein bisschen verirrt. Könnt ihr mir sagen, in welche Richtung es nach Hell's Kitchen geht?« Die drei Männer lachten. »Habe ich was Witziges gesagt?« fragte Tyra scharf. Sokratus legte den Kopf schräg. »Man merkt, dass du nicht von hier bist. Man spaziert aus Harlem nicht einfach so nach Hell's Kitchen. Die würden dich nie durch die Mauer lassen. Da gibt's Kameras, wärmesuchende Drohnen und Wachen, die auf alle schießen, was auf zwanzig Schritt an sie herankommt. Du wärst tot, bevor du auch nur Hallo gesagt hättest. »Und vor der Mauer«, fügte Guma hinzu, »ist das Gebiet der Crazy Rats und dieser Hispanos.« »Scheiße, wie heißen die noch mal?« fragend sah er die beiden anderen an. »Chupacabras«, half ihm Sokratus. »Genau, die sind die schlimmsten. Die würden sich alle zehn Finger nach nem hübschen Mädchen wie dir lecken. Ich muss aber rüber. Gibt es vielleicht einen Weg durch den Central Park?« Sokratus machte mit den Lippen ein ploppendes Geräusch. »Da hast du auch die Mauer und dann auch die Gule. Da wirst du entweder gefressen oder erschossen. Beides nicht schön.« Tara machte ein angestrengtes Gesicht. Sie kannte die Gerüchte über Gule, angebliche Menschenfresser. Es gab so viele Geschichten, Halbwahrheiten und Vermutungen, dass kaum einer wusste, was wirklich davon stimmte. Guma schüttelte den Kopf. »Die schnappen dich und weg bist du. Die fressen dich mit Haut und Haaren. Selbst die Gangs gehen da nicht hin.« »Seid endlich still«, warnte Cedric. »Wenn man von denen spricht, dann kommen die und holen einen.« »Ach, du abergläubischer Spinner!« Sokratus winkte ab, stand auf und rieb sich den Dreck von den Fingern. »Es muss doch einen Weg geben«, sagte Tyra. »Was willst du denn überhaupt da? Ich muss jemanden treffen.« »Ein Freund?« Sie dachte an die Falle, die die Blackguard ihr gestellt hatte. »Ich hoffe es.« »Du bist ganz schön zugeknöpft, Jade, das muss ich schon sagen.« Sokratus fiel die Hände ans Feuer. Tyra sah in die Flammen und schwieg. »Wieso rufst du ihn nicht an? Vielleicht kann dein Freund dich abholen. Das würde die Sache viel einfacher machen. Ich muss vorsichtig sein.« Sokratus' Miene hältte sich auf. »Man sucht dich. Und du hast Angst, dass man dich ortet, wenn du ne Comwatch oder sowas benutzt. Stimmt's?« Tyra funkelte ihn an. »Danke fürs Aufwärmen und die Kekse. Aber ich mach mich jetzt besser wieder auf den Weg.« »Hey, jetzt sei doch nicht beleidigt. Wir alle haben doch Dreck am Stecken. Ist doch so, oder? Du kannst die Nacht ruhig hierbleiben. Ich frage auch nicht mehr.« »Sie könnte den Trader fragen. Der kann bestimmt helfen.« »Der Trader ist schlau.« Platzte Cedric plötzlich dazwischen. Bis dahin hatte er nicht den Eindruck erweckt, dass ihn die Unterhaltung sonderlich interessiert hätte. Sokratus schnippte mit den Fingern. »Ja, stimmt. Der Trader. Das wäre ein Versuch wert.« »Wer ist das denn?« »Er wohnt ein paar Blocks von hier. Ein komischer Kaus. Russe, glaube ich. Schwer zu sagen, was er genau macht. Aber er handelt mit Dingen. Dinge, die ihn interessieren. Alles Mögliche. Auch Bücher. Ich meine, richtige Bücher mit Seiten und so. Ich durfte mal eins lesen. »Und der soll mir helfen können?« »Er kriegt sein Zeug von überall her. Der hat Kontakte. Du kannst ihn zumindest fragen. Hör zu. Warum bleibst du die Nacht nicht bei uns? Hier ist es sicher. Versprochen. Und morgen bringe ich dich zu ihm. Was sagst du?« Tyra brauchte nicht lange, um eine Entscheidung zu treffen. Alleine in einer Stadt, die sie jagte, da konnte sie etwas Unterstützung gut gebrauchen. Kapitel 11 Francis und Eris durchschritten den großen Raum mit dem weißen Marmorboden und einer übergroßen Kopie der Schöpfung von Leonardo an der Decke. Francis war angespannt und unzufrieden, was seine zuckenden Wangenmuskeln nur allzu deutlich machten. Henry Berlitz hatte sie herbestellt. Zum Rapport. Als Francis an die Doppeltür aus Mahagoni trat, sah er zu Eris. »Sie warten hier«, sagte er befehlend und klang gleichzeitig enttäuscht. Er wandte sich einer Matrix neben der Tür zu und ließ sein rechtes Auge scannen. Die Tür schwang auf und Francis trat ein. Es roch nach medizinischem Alkohol, in dem sich andere Gerüche mischten, die ihn an ein Krankenhaus erinnerten. Das große Zimmer besaß hohe, abgedunkelte Fenster. Es gab einen riesigen Kamin, vor dem eine Sitzgruppe aus schweren englischen Möbeln stand. In einer Ecke plätscherte ein Springbrunnen, aus versteckten Lautsprechern drangen leise Harfenmusik und Vogelgezwitscher. Auf einer Leinwand über dem Kamin lief ein alter Film. Er hatte Risse bekommen und war verblasst, eine Stelle war überbelichtet. Eine Tonspur gab es nicht. Francis sah eine hübsche junge Frau in einem altmodischen Kleid auf einer Blumenwiese. Sie lachte in die Kamera. Ihre Augen strahlten vor Vergnügen. Dann erstarrte das Bild und verblasste langsam. Irgendwo schaltete sich ein Projektor aus und das Licht ging an. Francis blinzelte gegen die Helligkeit an, als ihm die Stimme zurief. »Ich bin hier hinten!« Erst da bemerkte er den Mann im Rollstuhl, der an einem Tisch saß und mit zitternder Hand eine Fernbedienung beiseite legte. »Mr. Berlitz«, er nahm Haltung an. »Ich komme ungelegen?« Berlitz Augen glänzten feucht und er wischte hastig mit einem Taschentuch darüber. Erst dann sah er Francis an. »Ganz und gar nicht«, sagte er. Seine faltige Haut spannte sich wie altes Pergament über den knochigen Schädel. Er trug einen gepflegten, grauen Kinn- und Oberlippenbart, ansonsten war er kahl. Einige Altersflecken bedeckten Stirn und Schädel. Während er Francis eingehend betrachtete, legte er seine zittrige Hand an das Kinn. Ein goldener Ring glänzte an seinem kleinen Finger. »Tyra Kane ist Ihnen entkommen?« »Unsere Taucher waren im Wrack des LKWs und haben auch flussabwärts nach ihr gesucht. Ohne Spur. Wir gehen davon aus, dass sie ertrunken ist.« Berlitz widersprach, indem er mit dem Kopf schüttelte. »Jemand wie Tyra Kane ertrinkt nicht einfach.« »Sie lebt.« Er machte eine kurze Pause, in der er Francis durchdringend ansah. »Ich muss gestehen, ich bin von Miss Aris enttäuscht. Ich hatte mehr von ihr erwartet. Wir werden sie finden.« »Es wäre sehr ratsam, wenn das bald geschehen würde. Unsere Partner zahlen für unsere Dienste und erwarten, dass wir alle Arten von Schwierigkeiten von ihnen fernhalten. Wie kann ich den exklusiven Status unserer Organisation erhalten, wenn meine Mitarbeiter ihre Arbeit nicht erledigen? Glauben Sie, dass sich Miss Kane, sofern sie überlebt hat, immer noch in New York befindet? Davon bin ich sogar überzeugt. Sie wird die Stadt nicht ohne die Secret Keeperin verlassen können. Sie ist zu wichtig. Sagen Sie, haben die Verhöre von Miss Kanes Team etwas ergeben? Leider nicht viel. Wir wissen nur von einer Kontaktperson in Hell's Kitchen, die sie mit Air Seas, Waffen und gefälschten IDs ausgestattet hat. »Und um wen handelt es sich dabei?« Francis seufzte tief. »Wir haben keinen Namen. Diese Person war sehr vorsichtig und hat wohl nur mit Miss Kane persönlichen Kontakt gehabt. Konnte ihnen ihr Spitzel nicht mehr liefern. Von ihm stammt die Information. Die anderen aus ihrem Team haben selbst unter Folter nichts gesagt. Bedauerlich. Verdoppeln Sie Ihre Bemühungen und entsenden Sie verdeckte Agenten nach Hell's Kitchen. Ich will Tyra Kane. Wenn es geht, lebendig. Aber Tod ist auch in Ordnung. Nur darf sie nicht länger frei herumlaufen und unsere Partner nervös machen. Berlitz Stimme wurde rau und kippte. »Geben Sie mir das Glas Wasser. Da auf dem Tisch«, krächzte er und Francis kam der Aufforderung nach. Nachdem er getrunken hatte, fuhr Berlitz fort. »Es geht hier nicht allein darum, eine Terroristin auszuschalten. Tyra Kane verkörpert Phoenix Rising in unserer Stadt, in unserem Land. Und Phoenix Rising steht für die Politik der Weststaaten, die unsere Regierung am liebsten stürzen würde. Solange Tyra Kane frei ist, ist sie mehr als nur eine Provokation. Ich verstehe es, Herr. Es ist also Eile geboten. Handeln Sie dementsprechend.« Berlitz sank in seinem Rollstuhl zusammen. Die Rede hatte ihn erschöpft, aber sein Blick war weiterhin entschlossen. »Gehen Sie und finden Sie sie. Und sehen Sie zu, dass Miss Eris nicht ein weiteres Mal versagt. Das wird sie nicht.« »Wir werden sehen.« Mit einer Handbewegung wies Berlitz Francis die Tür. Kapitel 12 »Hallo, Sis.« Die rote Kontrollleuchte war gerade angesprungen. Killen hatte das SIS-Modul am Sicherungskasten des Zimmers angebracht und notdürftig mit ein paar Klemmen befestigt. »Hallo, Mike.« Das Flämmchen blinkte. »Wie lange war ich abgeschaltet?« »Nicht lange.« »Ein paar Stunden.« »Fehleranalyse.« Das Flämmchen blinkte hektischer. »Sind Sie sicher, dass wir keine Zeitreise gemacht haben?« Killen grinste. »Wie kommst du denn darauf?« »Ich bekomme Daten, die mich verwirren. Der Zentralrechner dieses Gebäudes stammt aus dem Jahr 2020. Die letzte Wartung war 2030. Die Kommunikation gestaltet sich schwierig.« »Oh, es überrascht mich, dass es hier überhaupt sowas wie einen Zentralrechner gibt.« »Ich kann die Kontrollen für die Beleuchtung nicht finden.« »Nicht so schlimm. Die haben hier was, das nennt man Schalter.« »Was für eine antiquierte Technik.« »Und die Steuerung für die Wassertemperatur?« »Wird auch von Hand eingestellt.« »Und Sicherungskameras?« »Gibt es, glaube ich, auch nicht.« »Die Leuchte blinkte wieder.« Killen kannte das. Sis verarbeitete die Informationen. »Mike, ist Ihnen ein Programm bekannt, das Titty Beach heißt?« Nun musste er laut lachen und Gary kam ihm in den Sinn. »Ich habe davon gehört.« Es klopfte. Liberty lehnte lässig am Türrahmen, als Killen öffnete. »Hi, Sweetie.« Ohne dass er sie dazu aufgefordert hätte, betrat sie an ihm vorbei das Zimmer und sah sich um, als würde sie etwas suchen. »Führst du Selbstgespräche?« »Wieso?« »Ich habe dich reden gehört.« »Ach das, ich habe mit Sis gesprochen.« »Guten Abend, Miss.« »Ein Sprachmodul. Interessant.« »Sie ist mehr als nur das.« »Ach ja?« »Sie ist eine Freundin.« Irgendwie kam sich Killen blöd vor, als er das sagte, und noch blöder, als er Libertys Grinsen bemerkte. Die schmutzigen Gedanken standen ihr förmlich ins Gesicht geschrieben. »Aber sie gibt dir keine Tipps, wenn du mit einer Frau rummachst, oder?« »Ich weiß sehr wohl, was Diskretion bedeutet,« antwortete Sis. »Aber du siehst zu.« »Nein.« »Ich habe es noch nie gemacht, wenn eine Sis-Einheit zugesehen hat.« »Klingt irgendwie heiß.« Liberty dehnte sich. »Wie ich schon sagte, ich weiß, wann ich mich zurückziehen muss.« Sis klang nun angriffslustig. Es gefiel Killen nicht, wohin sich das Gespräch entwickelte. Er ging dazwischen. »Ich glaube, wir müssen los,« sagte er etwas hilflos. Liberty hob eine Augenbraue. »Ja, müssen wir,« sie kicherte. »Kannst du dich denn von deiner süßen Kleinen losreißen?« »Gehen wir.« Verärgert schob Killen Liberty in Richtung Tür und schnappte sich seine Jacke. »Auf Wiedersehen, Sweetie,« hörte er Sis noch sagen, als die Tür hinter ihm zufiel. Bildete er sich den eifersüchtigen Unterton nur ein? Auf dem Dach des Hotels stand ein bronzefarbenes Ford Airsea, das ein paar notdürftig reparierte Einschusslöcher hatte. Liberty nahm hinter dem Steuer Platz und schnallte sich an. Sie amüsierte sich immer noch, wie Killen an ihrer spöttischen Mine erkannte, als er sich neben sie setzte. Die Turbinen liefen mit hellem Surren warm. »Schnall dich besser an!« Der Hosenträgergurt schnappte ein. »Warum? Was hast du?« Liberty gab Vollgas und flog steil nach oben. Killen hatte das Gefühl, ihm würde der Magen zwischen die Beine rutschen. Gerade als er nach dem Haltegriff schnappen wollte, brachte Liberty die Maschine wieder in die Horizontale. Sie strahlte, ihre Wangen glühten. »Das bringt das Blut in Wallung.« »Oder den Magen,« antwortete Killen gequetscht. Liberty lachte. »Dir wird doch wohl nicht schlecht, Superheld.« »Nein, nein, alles bestens.« Als er wieder Luft bekam, fragte er. »Wohin fliegen wir?« »Nirgendwohin. Wir drehen nur eine Runde über die Stadt.« »Ich liebe New York bei Nacht, dann siehst du den ganzen Dreck nicht. Nur Lichter und manchmal, wenn du Glück hast, sogar ein paar Sterne. »Du bist ja eine richtige Romantikerin.« »Ja, manchmal bin ich das.« »Überrascht?« »Ein bisschen.« »Dann habe ich noch eine Überraschung für dich.« Sie griff auf den Rücksitz und warf ihm ein in Plastik verschweißtes Paket in den Schoß. »Was ist das?« »Mach's doch auf!« Er zerriss das Plastik. Darin fand er eine neue Dienstwaffe und seine Marke. Eine goldene Plakette mit der Silhouette der Stadt und darunter der ewig gleiche Leitspruch. To serve and protect. Dienstnummer 422. Detective. 422? Cool. Ich hab 224. Liberty zwinkerte ihm zu. »Wir beide sind wohl füreinander bestimmt?« Killen nickte beiläufig, während er sich die Marke an den Gürtel steckte. Die Waffe war eine Kashima Mantis I, das Vorgängermodell seiner letzten Dienstwaffe, ohne Daumenscanner. Die würde nicht blockieren, wenn er auf sich selbst schießen wollte. »Woran denkst du?« Er erschrak. »An nichts.« Sie flogen an hellbeleuchteten Häusern vorbei. Killen erhaschte durch die Fenster kurze Blicke in die Leben anderer Menschen. Ein Pärchen stritt sich, eine Frau tanzte alleine, eine Mutter spielte mit ihrem Kind. Momente, die nur einen Wimpernschlag dauerten, und doch hatte er das Gefühl, den Menschen kurz nahe gekommen zu sein. Er sah nach unten. Die Straßen wurden von grellen Neonreklamen erleuchtet, und auf dem Times Square strahlte Lamar Bionetics seine Werbebotschaft in die Nacht, die ein längeres Leben für alle versprach. Am Horizont über dem Hudson schwebte ein beleuchteter Zeppelin wie ein riesiger Wal, der gemächlich seine Bahnen zog. »Cole hat dich vor mir gewarnt, stimmt's?«, fragte Liberty nach einer Weile. »Gewarnt? Vor dir? Quatsch!« Die Lüge kam ihm schneller über die Lippen, als er gewollt hatte. Sie stieß ihm mit der Faust gegen die Schulter und lachte laut. »Du willst deine süße Sis nicht eifersüchtig machen?« Killen blieb stumm. »Oder hast du eine Freundin?« »In Staten Island, oder?« »Bist du verheiratet?« Die Frage traf ihn hart und unvorbereitet. Ein saurer Geschmack schoss ihm in den Mund. »Welst wohl nicht drüber reden?« »Du hast es erraten.« Er starrte aus dem Fenster. Unbewusst hatte er seine Hände zu Fäusten geballt. »Sorry«, sagte Liberty. Eine unangenehme Stille folgte, bis Killens Magen laut knurrte, was die Spannung etwas löste. »Hast du Hunger?«, fragte sie. »In Gary's Lodge gibt es nur Staubflocken und der Laden um die Ecke hatte nur Reis in der Tüte, also.« »Ja, dann kenne ich genau das Richtige für dich. Es gibt da einen Fly-In-Imbiss, gar nicht weit. Die machen einen fantastischen Burger. Wir sind doch im Dienst. Haben wir denn Zeit dafür? Ich kann dich doch nicht verhungern lassen.« Das Fly-In war nicht mehr als ein Glaskasten gewesen mit einer riesigen Neon-Reklame auf einem Hochhaus mit schäbiger Fassade in Mittown. Aber die Burger waren unglaublich. Killen biss herzhaft in das weiche Brötchen. Das Fleisch dazwischen war saftig, das dunkelbraune Curry-Extrakt wie eine Geschmacksexplosion auf der Zunge. Sogar die Gurken schmeckten frisch und wie richtiges, echtes Gemüse. Liberty hielt das Steuer des R.C.'s mit einer Hand. Mit der anderen stützte sie ihren Kopf. Sie gähnte und lächelte. Sie hatte ihren Burger bereits verputzt. Killen aß gerade seinen zweiten. Sie sah zu ihm herüber. »Schmeckt's?« »Ja, ist echt klasse«, nuschelte er. »Das ist Ratte.« »Ratte?« Fast hätte er sich an dem Bissen verschluckt, den er gerade kaute. »Klar, was glaubst du denn, was du für einen Dollar kriegst? Richtiges Schweinefleisch?« Killen sah auf Liberty, dann auf den Burger, von dem ein Kleck Soße auf seine Hose tropfte. Er ließ das Fenster runter, warf den Burger raus und spuckte den Rest, den er noch im Mund hatte, hinterher. Liberty fand es ziemlich lustig und lachte. »Wieso hast du mir das denn nicht vorher gesagt?« schimpfte Killen. »Und mir den Spaß entgehen lassen?« »Du müsstest mal dein Gesicht sehen.« »Ich hatte gedacht, du wärst clever.« »Wie hätte ich denn darauf kommen sollen?« »Na ja, da war immerhin diese riesige Ratte mit der Schürze und der Kochmütze auf der Neon-Reklame.« »Ich hab das für einen Witz gehalten.« »Ich glaub, ich muss kotzen.« »Und da steh dich, dann machst du den Wagen sauber.« Killen sah sich um. Besonders auf der Rückbank stapelte sich aller möglicher Unrat. Leere Tüten, Dosen, irgendwelche Unterlagen, ein tragbares Datenterminal mit zerbrochenem Display und darunter ein feuerroter Damenstring. Er vermiet es zu fragen, wie der da hingekommen war. Als er sich wieder nach vorne drehte und etwas sagen wollte, kam der Notruf. Liberty bestätigte, dann drehte sie ab und lenkte die Maschine nach Osten. Tyra Kane wusste nicht, was sie geweckt hatte, nur, dass sie mit einem Schlag hellwach war. Sie zitterte, allerdings nicht vor Kälte. Der alte Schlafsack hielt sie warm. Nein, es war eher, als hätte ihr Körper sie gewarnt und aufwachen lassen. Sie lag auf der Seite, hielt die Augen geschlossen und lauschte angespannt. Da waren gedämpfte Stimmen, die sich aufgeregt miteinander unterhielten. Eine davon gehörte Sokrates. Tyra spitzte die Ohren. Die kommen nicht hierher. Die sind noch nie so weit in die Stadt gekommen. Aber ich hab sie doch gesehen, ganz sicher, sagte eine Stimme, die Tyra unbekannt war. Wie viele waren es denn? Weiß nicht genau, zehn, vielleicht zwanzig. Ich bin nicht geblieben, um sie zu zählen. Nicht so laut. Ich hab dir gesagt, dass es Unglück bringt, über die zu sprechen. Das war Cedric. Tyra erkannte seinen brummigen Bass. Was machen wir denn jetzt? fragte er weiter. Also, ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich verschwende. Und wenn du ihnen in die Arme läufst, bleib lieber hier, um nichts in der Welt. Wenn sie euch hier entdecken, treiben sie euch tiefer in die Tunnel. Da unten habt ihr keine Chance. Aber das ist eure Sache, sagte die unbekannte Stimme. Schritte entfernten sich, wurden leiser, bis sie schließlich gänzlich verklungen waren. Jimmy hat recht. Wir müssen uns was anderes suchen, sagte Goma. Da draußen? Jetzt? In der Nacht? Das ist viel zu gefährlich. Auch wenn sie sich bemühten, leise zu sein, den sorgenvollen Klang in den Stimmen konnte Tyra nicht überhören. Sie öffnete die Augen. Der flackernde gelbe Schein des Feuers war einer roten Glut gewichen, die kaum noch für Licht sorgte. Tyra stand auf und sah die drei Männer an, die im gleichen Augenblick verstummten. Sokrates machte den unglaubwürdigen Versuch, beruhigend zu lächeln. Was ist los? Tyra blickte finster drein. Sie hatte keine Lust darauf, jetzt irgendwelche Märchengeschichten zu hören. Sokrates seufzte. Jimmy glaubt, dass sich Ghule in unserer Gegend herumtreiben. Wann bist du taub? Der glaubt das nicht nur, korrigierte Goma. Er ist sich sicher, er hat sie gesehen. Die kommen nie hierher, beharrte Sokrates. Vielleicht sind es zu viele geworden. Sag doch sowas nicht, Mädchen. Habt ihr Waffen? Ich habe einen Baseballschläger, sagte Sokrates. Und ich ein Messer. Cedric sagte gar nichts, zeigte ihr aber eine Pistole. Ist da noch Munition drin? Er streckte den Zeigefinger hoch. Was? Ein Schuss? Die behälte sich für den Notfall. Erklärte Sokrates. Wenn er mal keine Lust mehr haben sollte. Tara fuhr sich mit der Hand über den Nacken. Scheiße. Wie weit ist es bis zu eurem Freund, dem Trader? Der ist nicht unser Freund. Wir kennen ihn nur. Ist doch egal, wie weit. Fünf Blocks von hier. Da sollten wir hin. In den menschenleeren Straßen hörten sie ein Heulen, das ihnen bis in die Knochen fuhr. Es musste ein Mensch sein, nur klang es nicht menschlich. Eher wie ein Tier, das auf Beute aus war. Kapitel 14 Liberty jagte mit Höchstgeschwindigkeit unter Sirenen, Geheul und Blaulicht durch das nächtliche Manhattan die Upper East Side hinauf. Kennt ihr keine Ghula auf Staten Island? Killen schüttelte den Kopf. Er war still geworden, denn Libertys scheinbar unerschütterliche Fröhlichkeit hatte Risse bekommen. Das machte ihm Sorgen. Dann mach dich mal auf was gefasst, sagte sie und kaute an der Unterlippe. Die sind gefährlich und blutrünstig. Die verhaften wir nicht, klar? Wenn du einen siehst, knallst du ihn ab. Hier kenne ich die. Ich sag's dir schon. Wir sind da. Sie deutete aus dem Cockpit nach unten. Drei Streifenwagen standen mit eingeschalteten Scheinwerfern und Blaulicht an der Ecke Madison Avenue und 84. Straße. Etwa ein Dutzend Polizisten hatten sich dort versammelt. Libertys flog eine enge Kurve und landete. Kaum waren sie ausgestiegen, kam schon einer der Beamten zu ihnen. Er trug einen schweren Körperpanzer und einen Helm mit Titanglasvisier. Auf dem Ärmel trug er das Abzeichen des NYPD. Sein Name stand in weißer Schrift auf der Brust. Da Kinto. Libertys und er schienen sich zu kennen. Sie begrüßten sich mit Handschlag. Lange nicht gesehen, Lepp, sagte er. Ja, stimmt. Das letzte Mal bei Donovans Beerdigung. Sie deutete auf Killen. Das ist Mike. Er ist neu bei uns. Der Kinto nickte ihm zu. Stimmt das mit den Ghulen? Wollte Killen wissen. Ich fürchte schon. In dem Haus da haben wir einen Tunnel im Keller gefunden. Er zeigte auf das niedrige Gebäude, vor dem die Polizeiwagen standen. Wer hat euch gerufen? fragte Libertys. Eine Bewohnerin. Er sah auf ein Lightpad, das in seinem linken Unterarm festgeschnallt war. Eine Mrs. Resnetsky oder so ähnlich. Sie hatte seltsame Geräusche im Keller gehört und gedacht, es wären irgendwelche Mudheads, die sich da verkrochen hätten. Aber es waren dann wohl doch Gule. Sie sind zur Vordertür raus. Wie viele waren es? Mrs. Resnetsky war sich da nicht sicher. Viele, sagte sie. Was immer das auch bedeutet. Wann seid ihr angekommen? Vor etwa zehn Minuten. Libertys ließ den Blick über die Hausfassade wandern. Nur raus und nicht wieder rein? Nur raus, bestätigte der Kinto. Das heißt, die sind hier noch irgendwo. Ganz schön riskant von denen. Ist nicht das erste Mal. Im letzten Monat haben wir viermal Gule in dieser Gegend gejagt. Liberty rümpfte die Nase und klatschte dann in die Hände. Okay, rumstehen hilft nichts. Was brauchst du? Luftunterstützung wäre nett. Kriegst du. Der Kinto ging zurück zu seinen Leuten und teilte sie ein. Als die Männer sich aufmachten, hatte Liberty das Airsea schon wieder in die Luft gebracht. Wirf mal die Scanner an, sagte sie zu Killen. Vielleicht schnappen sie ja was auf. Er betätigte einen Schalter, aber der Monitor blieb schwarz. Du musst draufhauen, das Ding spinnt manchmal. Er hieb mit der Faust auf das Glas und der Scanner sprang an. Eine Rasterabbildung der Umgebung baute sich auf. Schalt mal auf Wärmebild. Liberty flog langsam in zwanzig Metern Höhe. Und? Siehst du was? Killen starrte auf den Monitor. Nichts Besonderes. Jeder Wärmepunkt auf dem Monitor in Rot und Orange war ein Mensch. Aber noch gab es nichts Auffälliges. Sag mal, gibt es viele von diesen Ghoul-Tunneln? Das weiß keiner so genau. Die Eingänge sind meist gut versteckt, aber wir glauben, dass der Central Park aussieht wie eine Ameisenfarm. Ein richtiges Netz. Sie nutzen auch stillgelegte Tunnel, alte U-Bahnhöfe, die auf keiner Karte mehr zu finden sind. Das Ganze ist wie eine Stadt unter der Stadt. Ohne Plan verirrste dich da unten. Killen musste erkennen, wie herzlich wenig er über Ghoul wusste. Und er war überrascht. Bisher hatte er angenommen, Ghoul seien alle verrückt und hausten in dunklen Löchern irgendwo in der Kanalisation. Was muss ich noch über die wissen? Viele von denen sind ziemlich intelligent oder zumindest noch bei Verstand. Sie leben in Clans mit ganz klarer Hierarchie. Jeder hat seinen Platz und seine Aufgabe. Sie seufzte. New York steckt voller Geheimnisse. Wenn du lange genug lebst, wirst du sie alle kennenlernen. Das ist ja reizend. Hey, Moment mal. Sieh mal. Er zoomte näher und drehte das Display, sodass auch Liberty einen Blick darauf werfen konnte. Eine Gruppe von acht Personen flüchtete von der Straße, als sie das R.C. bemerkten. Sie schleppten zwei Personen mit sich, die entweder tot oder bewusstlos waren. Jedenfalls rührten sie sich nicht. Das sind sie, sagte Liberty überzeugt und betätigte den Bordfunk, während sie gleichzeitig zur Landung ansetzte. Hier, Banshee 2. Da Kinto, kannst du mich hören? Laut und deutlich, Lib. Wir haben sie. Acht Personen. Sektor D. Sind auf der Madison-Ecke, 88. Straße. Das sind vier Blocks. Dann beeilt euch mal besser. Bleibt, wo ihr seid. Wir kommen. Negativ. Wir können nicht warten. Die haben sich zwei geschnappt. Sie sind in das Gebäude da rein, bemerkte Killen und zeigte auf den Eingang eines ehemaligen Hotels. Liberty drehte das R.C., bis die Scheinwerfer den unteren Teil des Gebäudes in eisblaues Licht tauchten. Dann setzte sie die Maschine auf und schaltete die Turbinen ab. Die Fassade war grau und schmucklos. Unter einem Vorbau, der von griechischen Säulen gestützt wurde, führte eine Drehtür ins Innere. Im Kofferraum sind Shotguns und Schutzwesten, sagte Liberty. Er nickte knapp und holte die Sachen. Und denk dran, wenn du einen siehst, legst du ihn um. Er knipste die Lampe an seiner Shotgun an und warf einen skeptischen Blick auf die Waffe. Ich habe noch nie auf jemanden geschossen, gestandte er. Wenn es soweit ist, darfst du nicht zögern, klar? Er nickte. Klar. Gar nichts war klar. Das hier war alles neu für ihn und verflucht, ja, es machte ihm Angst. Er hatte sich immer für einen guten Polizisten gehalten, aber das hier war etwas völlig anderes, als in Staten Island Patrouille zu fliegen. Da war Ordnung, hier war Dreck und Chaos. Liberty stieß ihm die Faust gegen die Schulter. Hey, hör auf zu träumen und konzentrier dich. Sie schloss die Verschlüsse an ihrer Schutzweste und betätigte einen Knopf am Halsausschnitt. Da Kinto? Jupp, schieß los. Es ist das Cascada in der 88. Verstanden. Wir sind in acht Minuten da. Sie betraten die Lobby. Der Raum war groß und hoch. Ein Kronleuchter hing schief von der Decke. Wenn auch viele Lampen durchgebrannt waren, so spendeten die wenigen noch Funktionierenden doch genug Licht. Der Boden war bedeckt von abgeplatztem Putz, die Wände nass und voller Schimmel. Das Mobiliar im angrenzenden Speisesaal war schon lange nicht mehr benutzt worden. Von der Rezeption waren nur ein Schlüsselbord und ein Loch in der Wand übrig geblieben, wo sich früher einmal ein Safe befunden hatte. Hinter dem Eingang öffnete sich die Lobby in eine große, hohe Halle, an deren Seiten auf Höhe des Obergeschosses eine von Balustraden gesäumte Galerie entlang lief. Den gläsernen Fahrstühlen, die irgendwo zwischen dem neunten und zehnten Stock stecken geblieben waren, sah man an, dass sie schon lange nicht mehr funktionierten. Sie waren zu Brutplätzen für zahlreiche Tauben geworden. In den Gängen, die von der Galerie aus tiefer ins Gebäude führten, waren Feuerschein und huschende Schatten zu erkennen. Hier gibt es tausend Möglichkeiten für einen Hinterhalt, dachte Killen. Da ist Blut, bemerkte Liberty. Mit einem Zucken des Gewehrlaufs beleuchtete sie die Spur, der sie bis in die Mitte der Halle folgten. Dort führte eine Wendeltreppe in die Tiefe. Auf einem Schild stand Parking Area. Liberty ging voran. Da Kinto, flüsterte sie. Wir gehen jetzt in die Tiefgarage. Die Antwort kam verzerrt und war unverständlich. Liberty versuchte es erneut mit dem gleichen Ergebnis. Die Verbindung reißt ab. Wir sollten warten, meinte Killen. Und die Dreckskerle entkommen lassen? Auf keinen Fall. Liberty zog eine Signalfackel aus der Schutzweste, entzündete sie und warf sie auf den Boden. Dann stieg sie die Treppe hinunter. Killen folgte ihr. Seine Hände schwitzten. Der gummierte Griff der Shotgun quietschte, als er fester zufaßte. Das Treppenhaus war dreckig, voller Graffitis und Müll. Es stank nach Kot und Urin. Licht gab es nur von den Lampen ihrer Gewehre. Die Blutspur endete vor einer weiteren verbeulten Metalltür, auf der in roter Signalfarbe U5 stand. Am Türrahmen fanden sie verschmierte Fingerabdrücke, als hätte jemand versucht, sich festzuhalten und wäre dann abgerutscht. Da hörten sie Schreie. Verzweifelte, grässliche Schreie von einem Menschen in Todesangst. Liberty wartete nicht. Sie stürmte durch die Tür, Killen hinterher. Sie sahen noch, wie ein schreiender Mann in einen dunklen Van gestoßen wurde. Dann schlugen die Türen zu und der Motor heulte auf. Reifen quietschten. Killen hatte Mühe, sich zu orientieren. Überall standen Schrottautos herum. Herausgerissene Kabel hingen aus Decken und Wänden. Ein einzelner Neonstrahler ging flackernd an und aus. Plötzlich schoss der Van auf der gegenüberliegenden Fahrbahn die Tiefgarage entlang und die Auffahrt hinauf. Liberty schoss, traf die Hecktür und ein Rücklicht. Dann bog der Van ab und war im gleichen Moment verschwunden. Killen drehte sich um. Im Licht seiner Gewehrlampe erkannte er mehrere Gestalten, die vom Boden aufgesprungen waren. Ihre schmutzigen Gesichter waren vor Überraschung und gleichzeitiger Wut, hässlich verzerrt. Sie trugen dreckige Kleidung, T-Shirts, Sweater, Jeans, Tonschuhe und sahen dabei so schrecklich normal aus. Was hatte er erwartet? Lebende Leichen, die sich schlofend bewegten wie in einem Zombiefilm? Er wusste es nicht. Zwischen ihnen lagen mehrere große Pakete auf dem Boden. Killen konnte nicht erkennen, was es war. Sein Herz hämmerte vor Aufregung. Seine Kopfhaut prickelte. DSO, schrie er. Alle auf den Boden! Die Gestalten reagierten, indem sie schrien, keiften und Waffen zogen. Killen erkannte Knüppel, Messer und Eisenstangen. Als Liberty schoss, durchzuckte es ihn wie ein Blitz. Einer der Gule stürzte, schlug noch einmal um sich und lag dann still. Wieder knallte und krachte es. Die Schüsse heilten in der Tiefgarage wie Kesselpauken. Funken sprühten aus dem Lauf von Libertys Schrotflinte. Wieder ging einer zu Boden. Schieß endlich, verdammt! schrie sie. Ihr Gesicht war hassverzerrt. Sie lief voran, lud durch und schoss erneut. Diesmal traf es seine Frau, mitten in die Brust. Plötzlich schlug Killen etwas hart gegen seine Schutzweste und holte ihn von den Beinen. Zuerst spürte er keinen Schmerz. Dann aber, als er einatmete, war ihm, als stieße man ihm ein glühendes Eisen in die Brust. Er rappelte sich hoch und sah einen Mann auf sich zurennen, der eine Pistole und ein Messer in den Händen hielt. Killen gelang es, die Schrotflinte hochzureißen und den Abzug zu ziehen. Er sah noch in das schiefe Gesicht mit dem struppigen Bart, das sich im nächsten Moment in einen Haufen Brei verwandelte. Jemand fasste Killen unter die Arme und half ihm hoch. Er erkannte D'Akinto. Alles klar? Killen sah an sich hinunter. Die Kugel steckte noch in der Schutzweste. Ich glaub schon, antwortete er angestrengt. Während er wieder zu Atem kam, wurde ihm bewusst, dass er gerade zum ersten Mal in seinem Leben jemanden getötet hatte. So viel zu Kirklands Frage, ob er es fertigbringen würde. Es war schneller passiert, als er gedacht hatte, und es war ein seltsames Gefühl. Zu unwirklich, um es beschreiben zu können. Eigentlich wollte er die Leiche nicht ansehen, dennoch tat er es. Irgendwie war er der Meinung, es dem Toten schuldig zu sein. Der Ghul umklammerte immer noch den Revolver, mit dem er auf ihn geschossen hatte. Vom Kopf war nichts mehr übrig. Ansonsten war an ihm nichts Auffälliges. Militärhose, schwere Schuhe, Sweatshirt und eine Regenjacke, auf die mein Aufnäher das Ende der Welt verkündete. Killen musste sich abwenden. Er fühlte sich elend. Seine Brust schmerzte und sein Körper schüttete immer noch Adrenalin aus, was ihn zittern ließ. Liberty kam zu ihm. Der Hass war aus ihren Zügen verschwunden. Killen sah sie tadelnd an, sagte aber nichts. Sechs tote Ghule. Liberty legte die Shotgun über die Schulter und sah zufrieden aus. Und was ist mit den armen Kerlen, die wir retten wollten? Für die kamen wir zu spät. Scheiße. Killen pulte die Kugel aus seiner Schutzweste und drückte sie Liberty in die Hand. Das nächste Mal warten wir auf die Verstärkung, okay? Wir hatten Glück. Du hättest schießen sollen, als ich es dir gesagt habe, erwiderte sie vorwurfsvoll. Wir hatten sie überrascht und du hast ihnen Zeit gelassen. Anfängerfehler. Er verzog die Mundwinkel, ließ sie stehen und setzte sich auf die verbeulte Motorhaube eines alten Dodge-Pickups. Liberty ging ihm nach. Sie sah sauer aus. Gefühlt Doselei bringt dir hier nur einen Arschtritt ein. Kapier das und tu das nächste Mal einfach das, was ich dir sage. Dann läuft die Sache rund. Verstanden? Ja, verstanden. Gut. Sie wies mit einem Daumenzeig hinter sich. Wir haben da was gefunden. Kommst du mit? Killen schwang sich von der Motorhaube und folgte ihr. Die Pakete, die er zu Beginn gesehen hatte, waren die Leichen zweier Männer und einer Frau, verpackt in Plastikplanen, die inzwischen geöffnet worden waren. Die Haut der Toten war weiß wie Elfenbein, und einer der Männer und die Frau hatten Y-Schnitte, die von den Schultern bis zum Brustbein und weiter zu den Genitalien reichten. Wer immer das getan hatte, hatte sich nicht die Mühe gemacht, sie wieder zusammenzunehmen. Die beiden Toten sahen abgemagert aus. Eiskristalle schmolzen in ihren ausgezehrten Gesichtern. Kalter Aufschnitt, bemerkte einer der Cops grinsend. Killen fand es gar nicht witzig. Die Leiche des zweiten Mannes war anders. Er war nicht aufgeschnitten worden, und er war kräftig, keine Spur von Mangelerscheinungen. Seine Todesursache stand ihm förmlich ins Gesicht geschrieben. Ein Einschussloch in der Stirn, an dem die Wundränder grau geworden waren. Nur seine Haut war so weiß wie die der anderen. Liberty ging in die Hocke und legte dem Leichnamen die Hand auf die Brust. »Der ist auch eiskalt.« »Machen Ghule das so?«, fragte Killen. »Nein, Ghule haben keinen Lieferdienst«, sagte einer der Cops grinsend. »Könnte aber eine Marktlücke sein. Ghulische Küche, jetzt auch für zu Hause«, bemerkte ein Zweiter, bis da Kinto die beiden streng zur Ordnung rief. »Ich meine es ernst«, sagte Killen. Liberty erhob sich wieder, behielt den Blick aber auf den Toten. »Nein, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Normalerweise schnappen sich Ghule ihre Opfer, töten sie auf der Stelle und zerstückeln sie an einem Ort, an dem sie sich sicher fühlen.« Killen wollte das hier so schnell wie möglich hinter sich bringen, um an die frische Luft zu kommen. »Wolltest du mir irgendetwas Bestimmtes zeigen?«, sagte er drängend. »Ja, das hier.« Liberty grub ihre Hände in die Brust der toten Frau und zog die Schnittränder auseinander. Killen biss die Zähne zusammen. »Siehst du das?«, fragte sie. Er hatte den Blick so weit abgewandt, dass er die Leiche nicht mehr ansehen musste, doch auch nicht zu weit, damit es nicht auffiel. »Ich sehe gar nichts«, sagte er atemlos. »Eben, weil da auch nichts mehr ist. Sie ist leer, sie hat keine Organe mehr.« »Du verarschst mich.« »Sieh doch selbst.« »Ah, schon gut«, Killen tat einen Schritt zurück. »Ich glaub's dir.« Zwei schwerfällige Greyhound-Polizeitransporter fuhren auf das Parkdeck. Mit ihren großen Blockadebrechern aus Stahl schoben sie Autowracks und andere Hindernisse aus dem Weg. Ihre Motoren veranstalteten einen Höllenlärm, während sie schwarze Abgase an die Decke bliesen. Da Kinto kam zu Killen und Liberty. »Das HQ hat uns angewiesen, alles einzupacken und zu verschwenden.« »Ja, in Ordnung, aber vorher scannt ihr noch mal alles hier. Ich will mir das später noch mal in Ruhe ansehen.« »Geht klar. Sonst noch was?« »Ja, schick mir die drei hier zum DSO. Unsere Pathologin soll mal einen Blick auf sie werfen.« »Wenn ich dir damit eine Freude machen kann?« Liberty zwinkerte ihm zu. »Über Blumen freue ich mich zwar auch, aber ich bin ja bescheiden.« »War schön, dich mal wiederzusehen.« »Ja, fand ich auch, Lepp. Pass auf dich auf.« Killen und Liberty kehrten zu ihrem Airsea zurück. Jeder seiner Atemzüge tat höllisch weh. Er war froh, als er saß und sie endlich losflogen, denn für heute hatte er wirklich genug. Jetzt wollte er nur noch duschen und ins Bett fallen. Ob er schlafen konnte, wusste er nicht. Das Bild des Toten ging ihm nicht aus dem Kopf. Aber seine Gedanken waren müßig. Für Liberty war die Nacht noch nicht vorbei. Kapitel 15 Wie lange sie schon bewegungslos da hockte, lauschte und beobachtete, wusste Tyra nicht. Die Nacht war kalt und nass, und an der offenen Treppe zum U-Bahn-Schacht zog es fürchterlich. Immer wieder halten Schreie durch die menschenleeren Straßen. Sie glaubte, Schatten zu sehen, dann Bewegungen, dann wieder nichts. Die anderen hatten ihr geraten, nicht zu gehen, zu ihrem eigenen Schutz, aber vor allem, weil sie selbst Angst hatten, entdeckt zu werden. Doch Tyra wußte, wie man sich unauffällig verhielt und wie man postenstand, ohne gesehen zu werden und ohne dabei einzuschlafen. Sie hatte sich absichtlich eine unbequeme Position gesucht. Das hinderte sie daran, müde zu werden. Sie umklammerte die Pistole, die sie nach gutem Zureden von Cedric bekommen hatte. Der Griff war mit Klebeband umwickelt und das Metall war im Laufe der Zeit rostig geworden. Tyra hoffte, dass sie noch funktionierte. Ein leiser Wind strich durch die Straßen. Der Mond schob sich für einen kurzen Moment durch die Wolkendecke und beleuchtete die nackten Gerippe der umstehenden Gebäude. Weiter vorne, verdeckt durch die Ruinen, entdeckte sie flackernden Feuerschein. In das Säuseln des Windes mischte sich heiseres, irres Lachen, das in den ausgebrannten Etagen sein Echo fand. Dann tauchten plötzlich riesige Schatten auf, die die Fassaden entlang krochen und Tyra in Deckung zwangen. Sie lag nun auf den obersten Stufen der U-Bahn-Treppe und spähte die Straße hinunter. Zunächst sah sie vereinzelte Gestalten auf der Straße, die schnell wieder verschwanden. Das konnten Späher sein. Ganz sicher war sie sich, als eine Gruppe auftauchte. Das war die Meute. Sie schätzte sie auf zehn Männer und Frauen, vielleicht ein paar mehr. Tyra rutschte tiefer in Deckung, hielt die Luft an und beobachtete die Gruppe so lange, bis sie in einer Parallelstraße verschwunden war. Die Rufe wurden leiser und leiser, bis sie schließlich ganz verklangen. Erst dann kroch Tyra die Stufen hinab und kehrte zu ihrem Lager zurück, wo Sokrates und die anderen sie bereits aufgeregt erwarteten. »Und?« fragte Sokrates, der von einem Fuß auf den anderen trat. »Ein Freund hat nicht gelogen. Es sind Gule.« »Jimmy irrt sich nie.« »Scheiß, äh...« Guma kaute auf seiner Unterlippe. »Wie viele waren es?« »Etwa ein Dutzend.« »Dann sind bestimmt noch mehr da draußen.« Sokrates sah sie ernst an. »Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Haben sie dich gesehen?« »Natürlich nicht. Sonst wären sie doch wohl schon längst hinter mir her.« »Ja, ja, natürlich.« »Trotzdem können wir nicht hierbleiben. Wir brauchen einen besseren Platz, den wir notfalls auch verteidigen könnten.« »Wir können aber jetzt nicht da...« Sokrates hielt mitten im Satz inne, um wie erstarrt zu lauschen. Da waren Schritte auf der Treppe. Jemand schnüffelte. Tyra hörte es jetzt auch. Sie legte den Zeigefinger an die Lippen, schnappte sich den Baseballschläger und lief so schnell, aber auch so leise wie möglich zur Treppe. Ein Schatten fiel über die Stufen. Tyra presste sich gegen die Wand und hielt den Atem an. Eine schmutzige Hand mit gesplitterten Fingernägeln legte sich um die Mauerecke. Dann tauchte ein Gesicht auf. Es war ein Mann. Wild, roh, das Haar ebenso verfilzt wie der Bart. Die Augen blitzten im Wahnsinn. Er war mehr Bestie denn Mensch. Tyra reagierte. Es war keine bewusste Entscheidung, eher ein Reflex, der sie mit dem Baseballschläger zuschlagen ließ. Sie traf den Ghul am Kopf, brach ihm den Schädel und knallte ihn gegen die Wand. Er war tot, aber vorher hatte er noch einen Schrei ausgestoßen. Einen Moment lang herrschte eine angespannte Stille, die Tyra fast greifbar erschien und so dicht war, dass sie ihr die Luft nahm. Dann brach der Sturm los. Von überall her kreischte, schrie und brüllte es. Tyra blieb nicht stehen, um abzuwarten, wie viele kamen. Dass sie kamen, war sicher. Sie rannte zu den anderen. Das war ein Speer. Rafft eure Sachen zusammen schnell. Wir müssen uns verstecken. Sie zeigte in die Dunkelheit, die weiter und tiefer in die U-Bahn-Schächte hineinführte. Wie gut kennt ihr euch da aus? Gar nicht. Sokrates schnappte sich seinen Schlafsack und presste ihn eng an sich. Wir gehen da nie runter. Die Schreie kamen näher. Los, los, wir haben keine andere Wahl. Tyra hatte die Pistole gezogen und schnappte sich jetzt die Lampe. Sokrates hielt sie fest. Du weißt doch auch nicht, was da unten ist. Mit einem Kopfnicken deutete sie in die entgegengesetzte Richtung. Stimmt, aber ich weiß, was dort ist. Sie lief voran. Die drei Männer folgten ihr in die Richtung.